so, da bin ich okay, das war jetzt das ging irgendwie nach hinten los ich mache noch ein bisschen Fisch wir sind spät dran, weil ich ja, wir wieder mal ruckeln waren soweit so gut alles fertig gemacht sieht man eh in der Whatsapp Gruppe ich habe eigentlich eine neue Jacke und so bekommen sieht es eigentlich eh nicht, man sieht sich ja selber nicht, das finde ich eigentlich schade aber der Lord Munkelchen hat mir das gegeben oh, negativ ist hier, Tom, na, die geht alles gut, du bist noch wach läuft so, muss man noch was zu trinken wenn man oder der Beckchen guckt, hab ein bisschen Fernsehen schon wieder Durst, keine Ahnung wie ein Brand ich werde jetzt kurz mal checken nochmal diese Tabu oder so, wenn das läuft ich weiß noch nicht genau wird funktionieren, bitte also dieser Vogel da hätte ich die Fresse im Hintergrund ne, negativ Diggi ähm ich habe eine Libelle auf der Route guck Schatz, ich habe eine Libelle auf der Route guck, guck, guck sie sitzt da sie sitzt da und jetzt fliegt sie weg geile ich werde nochmal ein bisschen checken meine Lieben Freunde Schatz, ich bring mir gerade ein bisschen Mezo danke Päckchen lieb dich auch und ähm was war gestern los? gestern war los Voidkit 1,20 Euro gespendet Dankeschön dafür und Flatte Bloi 10 Kröten wie geil war das denn? und der Pyramon jetzt davor noch und so weiter Vakus 10 natürlich er hat den Spendencode von 222 Euro einfach mal klassisch voll gemacht läuft bei ihm beste Diggi ever ich schicke es jetzt mal meinen Diggis damit die wissen, dass ich auch live bin um die Zeit und denken sich alle so was geht ab? so dann werden wir das kurz mal posten und dann denken die Diggis was? Mitternacht fängt der an zu streamen bin gerade nebenbei noch am Karten seit 5 Stunden schneiden für 4 Minuten warum? was machst du? was du ein Doktor? Diggi schneit auch was schneidst du? weißt du wie schnell ich bin im schneiden Diggi? ich bin King im schneiden Diggi ich bin vor Profil echt so lang? 5 Stunden für 4 Minuten was machst du? machst du einen Doktortitel? danke Beckchen der XT negativ ist ich bin gerade nebenbei noch am Karten seit 5 Stunden am schneiden für 4 Minuten was genau? so probieren wir mal Stufe 1 ich habe jetzt so ein Cranebed der ist ein bisschen schwer eine 42 Gramm der geht 2 Meter müsste eventuell funktionieren beim Tabun ich habe den eigentlich gekauft könnte einer mal diesen Vogel abknallen mit der Gott ich probiere mal den 2 Metriken der Vogel holt sich einen runter beim Pfeifen heute das ist kein 18 ich darf dieser Vogel ist sicher auch so ein Scheißdreck so ein Silber warum habe ich den gekauft? wieso habe ich nicht den halt die Schnauze ich schwöre ich brech die ist knack mal hier drüben so meine Lieben zack ja ich habe jetzt hier neue Routen so das grüne Design sich der innen haben wir hier man sieht es verähnigt man sieht es jetzt hier in der Kleidung zur Verfügung gestellt von Dr. Lord Munkerkin und ich vermute 2 Meter ist zu tief ja nee 2 Meter kann muss nicht zu tief sein kann wir werden es gleich sehen weil hier gibt es da Bohne und sonst haue ich halt wieder diesen Metriken hin nee ich haue den Großpopper rein mit dem habe ich ja so 42 Gramm Großpopper wäre doch gut ne da komme ich noch ein bisschen weiter als wie mit den 28 Kam gute Idee das mache ich jetzt vielleicht kann ich hier nicht kaufen sicher jetzt weil ich hier also der Zweimätrige der sagt einfach mal du guckst du nicht am Morgen früh schon so die Fresse auch mal ne dieser Vogel ne unglaublich pfeift sich einen runter so na alter 5 Stunden beim Schneiden die was machst du Doktor das würde ich sehen dann hast du schon mal geschnitten so lang geschnitten spezial oder wie gib mal her das Material ich schneide es immer zusammen in 30 Minuten ja ich denke mal du machst viel Effekte rein und so du machst einen Doktor draußen du bist so ein Mensch so ein Doktor Titel ich glaube ich glaube wenn du zu lange du musst ja spontan machen alles was spontan ist ist am besten ich habe so die Tricks wenn ich dann so die Videos zusammenschneide ja so Leute dieser Wobler ist einfach ein Scheißdreck ich gehe mal einen Laden für einen Großpopper kaufen ich will den Klaus das ist auch so ein Schwachsinn dass man dass man das nicht dass man das nicht kaufen kann hier das ist ein Witz oder ich habe einen ich wollte einfach einen größeren Ding kaufen aber den müsste ich extra wieder rausgehen das ist ein Witz ist halt so muss ich wohl damit leben ich wollte eigentlich ein bisschen schwerer dann komme ich ein bisschen weiter raus ich könnte auch die Schnur ein bisschen weniger machen die Schnur ist eh schon wieder 74% nur noch ich gehe mit meinen Großpopper angeln und das in Martin Kühns Revier und er ist jetzt da und will eins aufs Maul von mir das kannst du gleich haben ich komme dann gleich mal ins Dessin dann hau ich dir persönlich eins aufs Maul dann sagst du neidom mach das bitte nicht sonst furzt der Kuno dann dir ins Maul jetzt kriegst du eins oh ich kriege eins auf die Fresse was das geht gar nicht Leute was du Sack der war gut ne dieser Großpopper ist ein Schaß er funktioniert nur bei einem Barsch der Großpopper der will einfach nicht gehen die Zeit ist beschissen ich muss jetzt gleich gehen und jetzt schmeiß ich in den Burschen ein wo was was ich häng hier im Ast das ist neu geil was für die Scheiße Leute ich habe es aus dem Busch gezogen ehrlich ich bin ein bisschen nach links gekommen ne ich bin der kleine Großpopper und ich pop alles zusammen es beiß kein Fisch auf dem Großpopper ich werde mich gleich erhangen gar nicht im Test ich komme gleich du musst eins denken ich bin Witter ich gehe dann ins DS wenn ich ins DS will Witter er hat keiner zu sagen was ich mache ich mache das was ich mir will ich bin wenn du Spaß ne da kommt immer der Adi raus ich habe euch gebuckelt Leute wie ein Vollidiot auf Drogen ja abgeschliffen mit der Maschine extra geholt mit Päckchen und dann diese Scheiße eingeschmiert mit Öl auf allen Vieren ne bin ich auf dem Boden rumgekrochen ich glaube die Scheiße nochmal in dem Moment wo ich das mache habe ich noch der Freundin zuvor gesagt da habe ich gesagt jetzt kommen sie dann allen und in dem Moment wo ich es mache sind sie alle da gestanden und ich so ich habe ein Deja Vu ne zehn Leute sind der Fall rumgestanden und ich habe vor allem vier auf dem Boden ne schmier die Scheiße ein hier ich mache mal ne tschik tschuk tschuk ich bin ich sage ich nachher immer klitz es ist so ich habe eine neue Route die ist recht geil also geil es ist so ja die ist das Lord Munglin hat es gekauft aber als Fitboy ja immer Diggi ne Matikün liegt im Bett und guck mir zu das ist lieb von dir und ich bin gerade im Berlegen wer schuld ist dass hier nichts beißt ich denke mal gehen wir mal ich gehe heute schuld ne ich gehe du bist schuld dass nichts beißt ja da musst du durch Diggi jetzt das ist so ne ich gehe es schuld aus Brandenburg ich gehe es schuld aus Brandenburg ich kann beim Bopper hier ein bisschen checken ich werde jetzt gleich mal mit diesen das ruckeln darf nicht sein ja es kommt einer ja 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 ich gehe es doch die schuld ich gehe es nicht schuld ich habe Fisch Challenge ich bin am Angeln Diggis Skiller war gleich kriegst du dann so Small Diggis ich kann das nicht ich kann nicht erst die schreiben geht nicht das Handy habe ich rechts ich brauche die rechte Hand zum reinziehen diesen Snoopy Dog Snoop Doggy Dog Snoop na komm Skiller will eins aufs Maul und ich hau dir jetzt gleich ein ja wer jetzt noch Alter ich hab dich Probleme oder gestern Geburtstag gehabt jetzt kriegt er eins aufs Maul von mir dann krieg ich gleich auch aufs Maul hier so ich bediene euch mal aus der Schlägerei so Kampf zwischen Martin hat begonnen und gleich mal eins aufs Maul hier so eins aufs Maul hier auf die Fresse wer will noch das Kilo will dann auch was ins Maul ich hab gesagt blickt dich nicht mit mir an Diggi so Skiller kriegst ein aus Maul hast falsch geschrieben Daddy wo was ich bin ja am arbeiten hast du mich falsch geschrieben Skiller das ist auch so ein beschissener Name hat mir Spaß jetzt geht's aber noch nicht ja und boom in die Fresse so läuft's noch in ihm das freche Lachen ne geile nein ich bin nicht betrunken wenn das seiner denkt das ist bei mir Standard ich brauche keine Drogen ich bin die Droge das gibt Rache die ich lieb die Drogen auch die geht ist es eine Freundin auf dem Bild die geht du hast keine Freundin hast war ich bei dir oder gute Freundin oder eher so gute Modelfreundin dieser Großbopper du hasse ich dieses Everglades scheiß Map hier du ich konnte echt ich hasse das ist das wir pinkeln ja bitte ja damit es ein bisschen blank von drin ist scheiße hier du macht mir Spaß nicht das denke ich habe hier Durette Syndrom ich kann jetzt ich bin am arbeiten ich muss euch zeigen wie man einen Tabun fängt mit Großbopper let me see the pop 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 ich wollte ein Karattenspiel spielen heute das ist so geil was wollte ich eigentlich spielen aber ich wollte jetzt das Gott hasse ich Everglades hasse ich Everglades wie die fucking Pest Leute die Everglades ist so Arsch gefickt ich glaube wo die das gemacht haben hier waren sie komplett zugekifft besoffen und ich weiß nicht ich glaube da hat man ihr voll ins Hirn geschissen an dem Tag so geiles Gewässer kein Fisch Leute das ist Everglades da kannst du ein fucking Gummipuppe kannst du reinschmeißen und nachziehen und fängst einen Fisch Alter da kannst du Penis reinschmeißen und fängst einen Fisch Leute haust du Silberpapier rein ziehst machst du einmal so Zupfi Zupfi das macht bum ich werde es euch so fucking beweisen eines Tages in echt ich werde nach Everglades gehen mit einer fucking Route ein fucking Gummifisch und werde sie so alle rausreißen dass ihr euch gar nicht mehr auskennt genau das was wird passieren Leute ja ich mach zwei Zupfer BAM und BAM und BAM ja und das ist Fakt das ist nicht fucking Bodensee Leute ne wenn du Bodensee geht es sind zwei Zander schwimmen rum die musst du rauskitzeln mit Mühe und Not mit dem Kitzel ich kann Videos zeigen Leute Beweis zwei Stunden soll ich mal erzählen was läuft an Bodensee da gehst du rein raus 40 Fischer oder 20 ne feste rum mit dem fucking Humi fährst dir um die Rube dann gehst du zwei Stunden bin ich weg bin ich reingefahren irgendwann bin ich gekommen und hat schon was gebissen nö nix gummi runter fünf minuten bumm zander so läuft am Bodensee Leute aber ist so ja so läuft das Spiel Leute am Bodensee nicht everglitz everglitz gibt so viel Fische da kannst du scheißen und die die du scheißt hier rein rückwärts kaxe rein in den See und die Fische kommen fressen die scheiße auf so sieht's aus so mal klartext reden verdammte scheiße normal hier da machst du ne Wasserbombe hier wenn hier ne Brücke wär machst du ne Bombe rein und dann Player 2000 oder Lord Monkey jump hier rein Leute und die Fische 10 Fische kommen rauf noch ein paar Zucker oder kannst du sie so aufsammeln und Cash rein nein dass wir mal hier klartext sprechen so sieht's nämlich aus weg die scheiße ein Großpoppa hey alter in Everglades in Everglades hier da beißen sie den ganzen fucking tag leute da bist du so drin trinkst dann und dann machst du so und dann beißt der fisch komm wir machen mal vielleicht beißt du ja so taugen zu ne bitte ne da einer ist nachgeschoben ich hab's gehört richtig ja fehlt das ne in Everglades wisst ihr wie in Everglades die Fische schnell sind leute da ist der hecht am Bodensee und der an und welchen scheiß sagt da ging das ist nix da haben die geschlafen leute wirklich das ist ich so aufregen 50 fucking würfel ihr köpp wie mal ihr pisser ja aber soll ich euch beweisen soll ich euch videos zeigen soll ich euch das video zeigen vom zander bis der gebissen hat wie viel mal ich rumgeeiert bin bis der gebissen hat in zeitraffer zwei stunden ich kann es beweisen ich bin schon lange am fischen am bodensee glaubt mir leute ja und dann gehst du raus lass den gummi runden ist er nicht mal unten richtig boom zander und dann bist du fünf stunden dran manchmal das ist so das ist bodensee leute haben halt irgendwie fünf flach wichser wo draußen waren dann zander dran gehabt und verloren und der beißt natürlich nicht mehr dann sind halt irgendwie fünf hatten sie dran gehabt die letzten fünf zander wo da rumeiern ich mag nicht auch den gummi fisch fischen da kannst da noch so viel lock mittel rein ich ich weiß nicht so genau ich bin doch erst vor vier fünf tagen ich habe zwar hunger aber bin ich doch schon an angel gehängt ich traue der ganzen sah hier nicht mehr so recht mimi jacqueline und dann nein ich habe geworfen das Wasser ideal die Temperatur ideal fish on komplett weil du kannst nach dem Wetter gucken nix ich habe geworfen dann habe ich mit x-wrap habe ich rausgefixt 10 mal 15 mal und dann noch letztens habe ich angefangen zu fluchen so das kann doch nicht wahr sein ich zopfe hier drüber mit so x-wrap wo so funktioniert bam in dem Moment echt dran und ich so ok schimpfen funktioniert ja hat funktioniert Leute das Geräusch von der Rute warum die Rolle ja 2020 Leute das ist die 1800 irgendwas hier ruten da hörst du kein Geräusch komm guck mal auf die bisseiten die sind richtig beschissen ja klar weil in Everglades beißt ja heute so eher um 9 und 11 ne ja ich würde es denen so gerne beweisen Schatzi Everglades in Everglades haue ich so ein fucking Kondom ran hinten noch so ein Bleikügel rein dann male ich noch so eine Fresse rauf so irgendwie eine Hackfresse rauf und ich schwere ich fangen mit ein fucking Kondom mit dem dass er sich ein bisschen bewegt ein Fisch in Everglades und verwette ich meinen fucking Arsch meinen fucking Arsch verwette ich hier drauf soll ich ein Video zeigen von Everglades in echt bei ihm und das ist die Route komm die geht ab und nein Leute ich rege mich nicht dass ihr denken ich rege mich auf das ist nur so das ist bei mir so ein Fachjargon weil das ist nicht logisch Leute du hast den Großkopper Großpopper Großkopper ja Kopper bitte Großpopper und die Bisszeiten stimmen jetzt nicht und der Vogel quietscht mit die Fresse voll hier im Hintergrund wenn ich könnte wenn ich würde fucking Atombombe hier reinschmeißen und dann ist over hier overkill bombe hier und das beste ist die Route das ist das grüne hier so eine grüne Route guck mal schön geiles Style was meint ihr aber man kann es nicht weit werfen geiles Design dieses grüne es aber wirklich so leute am bodensee ist es so ich muss euch das einfach mal fucking beweisen habe ich ein Video noch wo ich da zander fische da muss ich ganz weit zurück gehen ich muss euch das wirklich zeigen weil ihr glaubt mir das nicht ich möchte euch das jetzt beweisen ich gehe mal auf YouTube ich zeige euch jetzt das weil mir glaubt das keiner deshalb filme ich alles damit mir dann die Leute wenn sie sagen dann zeige ich ihnen das Video und dann zeige ich unten auch fresse offen oder hast das schon zu ich zeige euch das jetzt mal meine lieben jetzt kommen meine Videos real phishing und ich zeige euch jetzt mal ich glaube ist eh nicht gelistet muss ich auf nicht gelistet gehen warte mal Videomanager pass auf Leute ich zeige euch das jetzt mal wie lange ich beim Zander rumgeeiert bin in diesem über fischungsgebiet ich sage dann immer dieses pensionisten treff über fischungsgebiet da draußen und ja klar wenn der Zander schon mal auf den Gummi gebissen hat oder irgendwas am vortag dann ist es schwierig den zu fangen weil der sagt du kommst und ich hab keine Lust und ja die suche jetzt ein paar sachen aus achso Vide nicht gelisteten sachen sind nur zwei das kann nicht sein recht mit bar schwoben warte mal was hier ich kann nochmal zeigen wenn es richtig gut beißt will ich eigentlich nicht zeigen muss eigentlich keiner sehen aber es gibt geschenke so weil kommt erstmal fucking werbung und dann jetzt kommt es geht es geht ab wenn wenn gute tage sind haben wir keine fangen wie also zander nur einzeln die haben gefangen haben wir keine fangen wie ge also habt ihr gehört also ich habe sind zander gefangen habe sich gefilmt weil ich dachte ist eh nix los warum füge ich die kam reinschalten normal schalte ich die kamera immer lasse ich runter fahren nicht mal fünf meter boom zander der erste so und und also eier rum und das seht ihr dann so dann kommt zander nummer 261 zander so das ist so die zu das ist wenn es gut beißt wenn du einen guten tag hast wo sie da sind ja klar sind sie da weil das wasser ist gut boom so läuft so läuft wenn sie da sind aber das nicht immer ich zeige euch jetzt du mal das okay der tut richtig rein gut gehankt natürlich weil ich einen spezial haken dran so verlauter dass die so reinknallen habe ich hänge ich hier noch schön hängen bleiben zweimal dreimal viermal sehr schön und drin so ja so dann jetzt kommt der 81 den habe ich an der ist das problem an den zander an den großen die kicken dir den gummi immer so weg jetzt habe ich den an der schwanz fluss ich hab der wollte beißen und kick den gummi so weg und jetzt geht ab so und ich dachte ich zitter ja so ist wenn es gut ist das ist ein hecht dachte ich nee ist kein hecht ist ein zander aber was hier nicht deiner und dem moment wo du dann so fisch dran hast kommt natürlich gleich der nächste mit dem boot wo es gerade vorbeifährt so geht das die ganze zeit ich zeige euch das mal kurz so weiter und der wollte beißen und ist in der schwanzflosse gegangen 81 und dann kommt schon der erste fisch das ist groß und schon ist einer mit dem boot da so ich zeige euch das mal damit ihr mir das glaubt so und jetzt zeige ich zeige euch jetzt das mal damit jemand das glaubt das ist ein Tag wo es gut ist da sechs sechte mit stefan meterhecht irgendwo habe ich doch ein bild wo ich da so rum bis oberfläche und so das ist dann wenn es gut ist also bis oberfläche komm bis oberfläche wollt bis oberfläche sind und da fisch ich weiter ja warte besser Leute ich muss geduld haben ganz ruhig da hinten in den billigen rein so jetzt passt mal auf habt ihr gesehen so nochmal zum mitschreiben ich erkläre euch das jetzt 50 fucking Würfe gemacht 50 Leute mindestens 50 Würfe ja und jetzt kommt jetzt müsst ihr gucken der kommt auf die oberfläche bei ist da guck man muss genau hier gucken ich mach mal das groß dann seht ihr das achtung müsst ihr mal hier genau gucken habt ihr gesehen Achtung oberfläche da bumm der hat hier gebissen fische sind wie sie sind nicht normal du machst 50 Würfe mit dem gleichen wobler nix und dann schießt der eine hier auf der oberfläche so ne zack nimmt das ding einfach mal hier klassisch von oben ne so ich wollte gerade reinziehen ich wollte gerade rausholen den wobler so so läuft das so weiter text ich zeige ich beweise euch jetzt mal ein bisschen was und ich kenne jedes revier leute zeige jetzt mal was bestes und zwar aber wird doch lustiger leute das ist viel lustiger viel lustiger das ist noch nix es ist manchmal so verhext dass du dann dich manchmal fragst was ich suche finde ich das noch ich suche ich habe es gleich für euch ist das da wo ich fluche das gut ich da jammere ich habe wieder eine leitung hier was habe ich christin die das wo ich da so gesagt das kann nicht sein ich höre 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 ich höre ist das das jetzt jetzt kommt das ist es ist ja man ihr müsst hören leute ihr verreckt euch müsst ihr werden 0 0 0 00 00 00 nach 20 40 würfeln achtung 00 achtung 00 nix achtung hab ihr gesehen boom der biss hat ihr gesehen guck wie ab Und ich so 0, 0, 0 und die Möwe, das ist im Spiel, netter, mit dem X-Fam und dann jumpt er auch noch, warte mal, das ist ein, ein, ein Kämpfer, ne, Markus C. Kämpfer, musst du mal gucken, komm mal, und dann jumpt er mir fast noch ins Boot, okay, machen wir das jetzt in Seite nochmal anschauen, ich will gerade ins Boot springen, ja, wollte er, wenn ich noch, wenn ich nicht weggezogen hätte, wäre man ins Boot gesprungen, Achtung, und schöne Zeitkloppe, so, ich habe noch dagegen gezogen, ich hätte, ich müsste, da wäre reingesprungen, ja, wirklich, ohne Scheiß, so, und dann raus, und dann lassen wir ihn wieder frei, ne, so, ein bisschen halten, schön gemütlich, bis er kommt, ne, so, ein bisschen hinten halten, dann merkst du, aha, jetzt macht er so einen leichten Zocker, und, nein, 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 noch nicht, nochmal, nochmal zeigen, komm, ach Leute, ihr wisst gar nicht, was ich Profi bin, was ich Fische fange, aber es gibt doch viel mehr, das habt ihr alle gar nicht gesehen, das, ähm, sag mir jetzt lieber nix, ne, ich zeige euch jetzt ein bisschen, damit ihr euch das mal kapiert, was bei uns läuft, ich gucke mal, Sander da, warte mal, jetzt kommt's, Schnitt, ich zeige euch jetzt den Schnitt von Zeitraffer, wie lange ich umgefahren, das sind ungefähr zwei Stunden gewesen, okay, damit ihr das seht, so fängt's an, und jetzt müsst ihr aufpassen, und ich hab davor schon eine Stunde gefischt, im Kalten, so, Original Time bis Sandpiss, nach dreimal eingestellt der Kamera, 14 Minuten, oder, bis, bis, aber ich hab davor schon eine Stunde noch gezupft, nur da, wo ich dann aufgenommen hab, so, und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt kommt Zeitraffer, so, jetzt warte gleich, ja, müssen wir vorfahren, jetzt geht's los, wann, Zeitraffer, so, jetzt Zeitraffer, Achtung! Einmal auf 8 Meter, dann wieder auf 16, dann wieder auf 15, dann wieder auf 8, und dann wieder zurück, und um die Kurve, und dann wieder von der Ecke zurück ins Fach, dann wieder auf 15 Meter, auf 20 Meter, und dann wieder rein, auf 5 Meter, dann wieder zurück, und vor, und zurück, und immer an der Strömung entlang, dann hab ich wieder Fisch gesehen, und weiter, 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 viele Zander, also die wollen nicht, ne, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und so ging's die ganze Zeit, bald bei dir hat 20 Grad beschadet, ne, das war im Februar, März oder so, äh, keiner was gefangen, die haben dann so einen 50er gefangen da drüben, oder so einen 52er, so, und so geht's die ganze Zeit, äh, jetzt passt auf, so, und dann bin ich ungefähr bei einer Stunde, knapp zwei Stunden gewesen, zwei Stunden Gummi, und gefahren mit dem E-Motor, und was passiert, Achtung, und, Achtung, und wieder runter, wieder auf dem Boden, bisschen nachgezogen, bisschen fahren in der Strömung, wieder zurück, wieder ein bisschen gezöpfelt, so, Achtung, und jetzt kommt gleich der Biss, Achtung, nach zwei Stunden, so läuft das bei uns, BÄM, aber dann, wenn du, gleich nochmal, Cia de Matre, hab ich gesagt, nach zwei Stunden, ja, Alter, ein Ei bitte, nein, 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 kein Ei, wir haben kein, nein, nein, ein Ei bitte, ist gleich, Alter, wir sind grad hier im Fischenfang, dankeschön für 10 Euro, Diggi, Alter, der Chris, live, sagt, 2019, aber wir haben mal hier 10 Euro rein, dankeschön, Diggi, warte mal, wir gucken, das jetzt noch, so, nach zwei Stunden, ich zeig das mal ausnahmsweise für euch, Diggis, das ist top secret, jetzt, und was kommt drauf, ne, Granate, ne, so, damit ihr wisst, dass Diggi Wapper auch in real gut fängt, ne, so, der Bass kommt auf den Cash rein, ich hab den großen Amazon, so, ja, und dann haben wir halt so ein Zander, noch Fragen? Eigentlich nicht, ne, wollt ihr noch größer sehen? Wollt ihr noch größer sehen? Ich hab auch schon Meter drei gefangen, wollt ihr noch größer sehen? Ist das nicht groß genug schon? Noch größer? Eins müsst ihr immer glauben, Leute, Ausdauer wird belohnt, ich hab's sogar schon sechs, sieben Stunden durchgeeiert, das musst du gar nicht, weil die beißt am Abend, wirklich, wir haben schon sieben, sechs, sieben Stunden durchgeeiert, zwischen der Pause und so. Wollt ihr noch größer sehen? Das habt ihr eh schon gesehen, ne? Oh my gosh, ich darf das gar nicht alles zeigen, ne? Wollt ihr da brutal sehen? So, zur Info, hier, 120 stimmt, ne, ich war 122, 123 Zentimeter, hab falsch gemusst, ich hab's da auch mal abgemossen. So, da guck ich so rüber, ne? Hier, in dem Bereich hier, was meint ihr, wievielmal ich geworfen hab, bis der Meter 22 echt gebissen, ne? Am gleichen Stelle, 70, 80 Mal. Ohne Scheiß. Und dann, wenn der Biss kommt, fühlt sich's an wie Kraut, ne, bei so einer Größe. So, Achtung. So, schön mit, 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 nach dem Arbeiten noch, ne? Runde Angeln. So, jetzt kommt der Biss. Boom. Guck, ich dachte, okay, ich häng ein Kraut. Guck mal, der Biss ist ich so, hä? Was? Und dann, okay. Und so, dann ging's ab, ne? Und so ging's die ganze Zeit, meine lieben Freunde, 11 Minuten. Na, so, Achtung. Da ist ein bisschen Krautangängen. So. Bis dahin hab ich immer noch gesehen, ich dachte, die haben Wels dran. So, so geht's die ganze Zeit, ne? Hinterher. Da fliegt mir fast die Route schon rein, so, warte mal. So, jetzt. Alter! Alter! Ich will doch kein... Aber jetzt, komm mit Ei. Jetzt spendet der mir 15 Euro und sagt, ich soll ein Ei fressen. Wir haben doch keins mehr. Muss ich hier mal ein Limit reinstellen? Ab 35 Euro fress ich ein Ei, oder was? Das wär viel, das wär gemein, ne? Der Christian live will unbedingt, dass ich ein Ei, ein rohes Schluck-Curry. Mach dich das geil, Digi? Dankeschön für 5 Euro und 10 Euro. Dich mach das an, ne? Um die Zeit noch mir, äh, 15 Euro zu spenden, ne? Aber bitte ohne Pfeffer und ohne Scheiße. Bring einfach das Ei und das Glas her. Ich werd irgendwann mal... Er wollte, dass ich sterbe, ne? Dass ich... Da hab ich keine Eier. Da hab ich Eier hier. Alter! Schöne Tattoos, ne? Jetzt langsam wird's schön, ne? Ich hab's jetzt nochmal eingeschmiert, ne? Hier noch, ne? Hier noch, ne? Hier noch, ne? Die Grinsekatze unten am Fuß. Zehn Leute hier um die Zeit. Ich zeig euch, wie das... Leute, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich sag das, was ist, und wenn ich fische, ich misse das absolut auf Millimeter ab, ja? Ich hab da einfach ein Boot, der Meterstab auf dem Boot wackelt, so ein zusammengelegtes Schwanzfriß, hab ich 120 gemossen. Stimmt aber nicht, ne? Ich hab zuhause nochmal nachgemossen, genau 122. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr, 122,5, der Hecht, ne? Den hab ich auf Millimeter genau danach gemossen. Daheim ist einfach dann am besten, als wie auf dem Boot. Ich hab da einen Meterstab und dann weg ich dann halt hin, ne? Weil ich hab den dann wieder freigelassen. Ich mach das schnell, schnell. Ich bin schon zu den Fischen, ne? Den hab ich wieder freigelassen. Was soll ich so einen riesen Fisch abschlagen? Das ist ja... Der lebt schon 20, 25 Jahre. Was soll ich mit dem? Das ist ein riesen Granat, der hat so einen Kopf gehabt, wenn der das Fresse aufmacht, da ist mein Kopf weg. So, ein Ei kommt jetzt gleich. Ach du Scheiße, warum muss ich mal umziehen? Warum tust du mir das an, griffst du ein Ei? Gott! Ist doch ein Vögelchen drin. Christian, live! Digi! Du Sack! Und dann noch einen Kopfstand. Die bringt mich ins Grab, Leute. Guck mal hier, Ei wieder. Ach Leute, das ist doch so fucking ekelhaft. Das ist Sadismus. Das ist Sarkastik. Das ist, ähm, ne? Ne, Markus. Das ist doch ekelhaft. Guck mal die Scheiße an. Die muss ich runterschlucken. Boah. Muss ich das jetzt wirklich? Ich mag heute kein Ei schlucken. Es ist so ekelhaft, Leute. Wieso muss ich mir das... Wieso habe ich das angefangen? Wieso habe ich das angefangen? Wieso bin ich so ein Ehrenmann und muss das schlucken? Ich mag heute nicht. Gönn dir. Meine lieben Freunde, weil ich euch liebe, ja? Und wenn man mir spendet, ähm, ich gebe was zurück, ne? Immer Kopfstand, Liegestütze, ein rohes Ei und sowas. Die, die es noch nicht wissen, los schluck du Luder. Meine lieben Freunde, es ist sowas von ekelhaft, ekelhafter geht es nicht mehr. Ein rohes Ei. Es reicht eigentlich schon ein weichgekochtes, wo nicht richtig durch ist. Ich will gar nicht reinschauen. Bring mir gleich noch eine Mäh zu. Einen Nachtsnack gehen lassen. Ja, Matti Kühn, dankeschön. Du Sack, ihr seid alle Sadisten. Christian Life ist schuld, Leute. Ihr könnt reinschreiben, Hashtag Christian Life 2019 ist schuld, weil er mal 15 Euro gespendet hat. Und dafür trinke ich so ein fucking rohes Ei. Es ist sowas von fucking... Es ist einfach nur ekelhaft. Oh Gott. Eins, zwei, drei. Kurz konzentrieren. Die Libelle war noch auf der Route. So, zum Wohl. Du hast Salz reingedan, oder? Du hast Salz reingedan, oder? Du hast doch gesagt, Salz und Pfeffer. Du hast doch gesagt, Salz und Pfeffer. Die hat Salz und Pfeffer reingedan heute. Das ist so ekelhaft. Wie machst du das? Du hast doch gesagt. Nein, nicht mit Salz und Pfeffer. Ich habe verstanden, Salz und Pfeffer. Das ist so raschlich. Kurz gleich. Das ist sowas von ekelhaft in der Schleimow-Training. Das ist so... Ich muss mich grad zusammenreißen jetzt. Ich bin keine Memme, Leute, aber das ist so ekelhaft. Ich muss die Kappen ein bisschen... Das wichst da ja, ja. Was da ist? Was er beschwertet? Nein, 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 nein. Ich habe bestellt. Ich habe das auf Livestream, Leute. Ich habe extra... Das ist genau das gleiche. Das ist nicht eure Schatzen. Guck mal, wie sie da drüben sitzt und lacht. Guck mal, Leute. Guck sie an hier. Guck. Ich habe bestellt, Leute. Liebe Freunde, ich habe bestellt. Ich habe das auf dem Stream, ne? Ich habe bestellt ein rohes Ei, aber diesmal ohne Salz und Pfeffer, ne? Was macht sie rein? Salz und Pfeffer. Ich war... Ich war eigentlich drauf... Ne, ist nichts drin. Ich war eigentlich drauf konzentriert, ne? Dass es... Dass es nur ein rohes Ei ist. Und dann schluck ich runter und dann merkst du dieses Salz und Pfeffer. Und dann ist das noch... Das ist so ekelhaft mit dem Salz und Pfeffer. Das Ei geht ja noch, aber dieses Salz und Pfeffer bringt... Gibt dir den Rest. Das ist der Wirkeffekt. Macht das mal. Haut mal Salz und Pfeffer rein in ein rohes Ei. Schluckt mal ein rohes Ei, Leute. Probiert es mal. Das geht noch. Es ist ekelhaft, ja? Aber dann mal Salz und Pfeffer ist fucking ekelhaft. Weißt du? Dieser... Dieser salzige... Ja, ich schmeckt halt wie Sperma eigentlich. Jetzt haben wir es. Haben es einfach mal rausgeholt. So. Ja, du bist schuld. So. Christian Eif ist schuld, meine lieben Freunde. Wer hat das schon mal probiert? Den eigenen Sperma? So mal... Hm, wie schmeckt das? Jeder schon. Gibt es zu? Runde fix. Männer sind zu. Ich will das mal probieren. Ich will das mal probieren, wie der Sperma schmeckt. Ach so. Warte mal. Ein Kopfstand hat da noch gefehlt, ne? Ihr Pfeifen. So. Ich zeig euch, wo der Hammer hängt hier. Aber deutsch wird's, 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 wird's. Deutsch. Wir ratten. Ratten. Ihr wollt's extrem. Ihr kriegt das extrem. Komm, ich lass mal die Socken an hier. Auf der Küste. Die kann man aufmachen. Da kann man was reinstecken. Muss man zuerst kontrollieren, ob's hält. Gibt's aufs Maul hier. Ach so, warte mal. Da muss man ein bisschen höher, ne? Kann man höher noch gehen, ne? Was mir auf die Schnauze haut, ist Christel Leif zockt schuld. Mitten in den Monitor rein. Puh. 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 ich fand der war gut das mit dem sock muss ich bisschen hochfüßt du sonst haut es mir auf die schnauze ja wenn ich gleichgewicht verliere ich weiß was ich tue aber das problem die kiste ist mir immer ein bisschen mulmig weil diese kiste eigentlich dünn ist und sie hält eigentlich 80 oder 100 kilo glaube ich weiß es eben nicht mehr die schon dünn eigentlich so brettchen das gehe ich immer ein bisschen langsam rauf im falle wenn ich dann knacksen höre oder so wenn das wirklich mal bricht irgendwann jetzt passieren korrigiere ich mich halt noch ab und jetzt mich dann auf die schnauze haut die alle hh ihr seid also wenn man wenn man mich schon ein schlucken lässt dann weiß ich wo ich bin bei euch meine irgendwann wenn du mal auf die fresse fliegst und mitten in den fernsehrein ja das musst du beherrschen es ist schon ein bisschen harte nummer da auf diesen missteil hier ich weiß sollte man eigentlich noch mal nicht machen aber ich mache es für euch ich bin ja nur 45 stunden am boden gesessen wie es um vollpfeife und habe hier den hat den boden gewühlt ne hier sagt es nicht gehe und der die bier und alle miteinander und ich muss jetzt muss mal hier das machen hey was was schreibt der markus eine negativ markus lange der stück heile ja 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 ich wusste ich habe noch nichts gemacht ich habe ich gerade wusste du hast drei monotoren ich habe vier monotoren und ich habe den ganzen tag darauf gewartet dass du mal live kommst ich pack das dein pc vier monotoren ja und die eine breite aus wenn der ecke sein wenn der ecke im wc startet dann gehen die lichter aus bei den nachbarn und so was ich habe ja wo es nicht sein von 1000 watt drinnen er startet den pc alles flackert und deine frau so ecke startest du schon wieder den pc das flackert schon wieder das licht im klo hier ich bin 48 wird 49 x negativ müssen wissen noch fit halt wie ein turnschuh ne alter ne ich mache das noch mit 60 auch noch ja 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 also die rote hier mit diesem wogler das funktioniert eigentlich gar nicht es sind hier schon ich probiere das jetzt aus hier weil der gibt ein bisschen da ist halt ein meter quaint bed na ja war das ei du alter die haut die mir wieder pfeffer und salz rein das kann nicht sein ich war eigentlich drauf gefasst dass es nur ein ich habe noch reingeguckt ich habe es gar nicht gesehen ich habe doch reingeguckt ich habe kein pfeffer und kein salz gesehen schwarzer pfeffer und salz das ist so ekelhaft ihr meint dann das schmeckt besser neben nicht älter als mein vater sie kann dein vater liegestütze 50 noch und kopfstand und wie gesagt schon ganz stark darauf gewartet auf mich hast du gewartet ja ich habe den boden geschrüppelt ne ja abgesehen ja braun gemacht und als ich gerade mal aufgehört habe mit nitros wie bpk da habe ich gesehen naja erst live okay ich habe halt eigentlich ich habe halt den boden also boden geschliffen haben extra eine maschine geholt mit päckchen und boden geschliffen und dann halt eingeölt das war eigentlich fein weil ich dann mit dem duch eingeölt habe musste ich nicht malen weil der lack ist scheiße eigentlich der paket lag eigentlich und deswegen haben wir halt haben wir es gehört haben alles geholt ich glaube die maschine hat 40 43 euro gekostet ich wollte eigentlich nicht ich habe eigentlich stream jetzt mal und guck was passiert zehn bis zwölf leute 15 euro spende von christian christian live 2019 hätte ich jetzt nicht gedacht eigentlich weil ich dachte eigentlich probiert jetzt kurz noch mal was aus wegen der rote ich würde aber ich kann es nicht okay warum warum das hat sie hier wie du kannst du also spenden ich dachte kannst du streamen wegen harz 4 ich kann nicht tun weil ich bei harz 4 bin ich habe so ein pc mit vier monitoren aber läuft bei mir nein die die muss doch nicht immer auf wenn du mal wieder so ein ruppel los gewinnt mit 40 euro oder so ne dann behaltst du die 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 kannst du reicht dann euro mal und dann wieder so so ein dankeschön an dich ne kannst du dann schreiben da bin ich auch so du musst dich muss ich übertreiben die geht das passt schon möchte ich wenn dir möchte ich wenn ihr kein geld habt mir da geld spendet ich möchte wenn ihr was übrig habt und sagt so jetzt gönne ich dem xy aus aber was dann bin ich froh ich möchte aber nicht dass ihr dann euer letztes geld oder so ich will ja bloß ich sag mal die moment sagen wir schocken hier wenn du was schrecken tust ja so wie wenn wir wenn ich bei dir bin so komm ich lade die mal pizza ein und das eigentlich als spende so natürlich wenn ihr dann ein paar millionen habt und als stinkreich seid und nicht wisst wo mit dem geld hin bitte danke ja ich stehe hier offen mein lieben freunde mein buchhalter meine bank freut sich und so spende einfach mal 30.000 euro sagt komm ich könnte einfach mal ein audi ne hau rein doch mal hier aber alter wenn einer das machen wird dann will ich gleich werbung machen für den ne klassische supporten zurück hier voll alles auf auto verpicken dieses auto wurde gespendet von so und so punkt und vertebrauch ist mein sponsor meine lieben freunde das mal das willst du zwiebel essen gehen gerade ich habe letztens schon zwiebeln gegessen da warst du da dabei hör mir auf mit zwiebeln wer war da schuld martin glaube ich nicht ich habe diesen diesen eis als pfeffer was hat er das gesehen ja da was war mit dem fisch los hat er der trauben gefressen aber es war mit dem los jetzt what the fuck wirst du zwiebel in europa zwiebeln ich kotze mich an heute ich habe jetzt ein ei wenn ich jetzt zwiebel esse ich furze die ganze hütte ist zu nachher dann in zwei stunden bäckchen bringt mich um hey ja bäckchen ich hab wo hatte ich wann hatte ich ja so dann falsch gesungen ja hast du auch dann deine falsche was habe ich warst du dabei wo ich die zwiebel gegessen habe knoblauch und zwiebel gibt eine zwiebel da kommt hinten raus und knoblauch stinkt mir oben zusammen ich kann gleich kalt an die noch mal jetzt jetzt sie hört sich hallo na du früchten na du früchten wie geht es dir er sagt das sei ganz normal ich habe jetzt bei gewinnspielen mitgemacht kann dafür ein halbes jahr einen bmw drei toren gewinnen okay läuft bei dir und kannst du mir der wilde fiesta geben die bis zeiten sind scheiße gut deutsch wenn ich das mal so sagen darf deshalb sind die fische auch so wie sagt man so so quere legner so nur kurz ran mal groß pop funktioniert einfach ich gucke jetzt kann man die zeit normalerweise bei ist eigentlich eine frühe jetzt kommen dann sie bis zeiten aber ich werde jetzt mal was ausprobieren ich zeige euch jetzt das mal die schwarzbarsche knallen hier auch ganz gern ran da habe ich eigentlich noch nicht ich möchte mal probieren wenn ich da jetzt so werfe das ist eigentlich von der anderen seite das ei leute meine fresse ganz ehrlich ich war ja einfach konzentriert dass es nur ein ei ist und ich mit salz und pfeffer und dann erkennt ihr den effekt wenn ihr wenn ihr dran denkt auch das ist jetzt das ei und ich weiß ungefähr wie schmeckt und dann trinkst du schluckst du das ding und dann ist noch pfeffer und salz drin gucken was die machen guckt schon wieder einer viel bis und der effekt ist eigentlich so ich gucke schon wieder daneben was ist los kann ich seine jetzt was hat es jetzt schwarz maschen die kriegen dass ich die fresse hatte gesehen heute drei wahl was ich kann das nicht glauben das geht doch noch besser was war das bitte dreimal leute dreimal frellenbarschen der kriegt er nicht rein ist groß noch mal das ist aber ganz witzig finde ich dankeschön christian live 2009 nochmal für 15 euro dankeschön dass ich ein stück schon wieder für daneben es gibt es ja nicht und jetzt habe ich ihn was wir du bist genau wer es ist der db christian was du hast du hast das gerne dann ja klar ein bisschen sadist die gibt es fast du ja gespendet du wolltest das sehen jetzt so ein sack durch die gina halt einfach 15 euro ein wasser und dann dieser effekt von dem ei war so ekelhaft weil ich wirklich nur dachte aber ich wusste auch noch mal was rein da machst du es du bist mir so eine da was sind jetzt los so wir sind jetzt stufe drei cup es ist lustig mit groß popper aber es ganz komisch hier das sind eigentlich die schwarz barsche achtung was habe ich jetzt ich habe die seerose rausgezogen geil ist das ja wohl wohl die seerose kaufen wohl die seerose kaufen wozu so bücken ich wollte seerose kaufen auf du mit zwiebeln ja ich kotze mich an heute macht das was hat da dagegen gerade vorne der hat wieder spaß dran seid ihr echt alle so sadisten ist so kenne ich euch gar nicht doch ich kenne euch nur so oder ich muss die ganze zeit ich muss ich muss die ganze zeit dran denken wo wir ets gefahren sind und ich irgendwo auf den chat geguckt hat und er fährt vor mir genau vor der brücke und drunten war und ich was machst du und weg war ich konnte einfach nicht mehr verlachen ich glaube da hast du auf den chat geguckt oder irgendwas hast du probiert ne und weg war er leute das war sogar vor der brücke noch ein paar meter vor noch ein meter nach vorne wäre halt in die brücke reingedackelt und dann ja wir müssen aber da fahren ja ja kurz ab um 20 uhr mag bei mir rechner aus okay okay ab 20 uhr wieso ja irgendwie wohnen jetzt okay so jetzt probieren wir mal was anderes zu fangen und zwar diese diese komischen karl hechter wie heißen die karl hechte glauben also dass ich eigentlich jetzt so fit bin ich wollte eigentlich jetzt mit becken aber wir sind eigentlich schon so gewohnt das passt hier so gut die zöpfchen diese pippe langstrumpf zöpfchen nur in zweierlei fährst du kommst du hast du nur auf promoz nein ich hatte das normale auch nicht nur promoz ja weil ich nur auf 7u1 unterwegs bin wo bist du unterwegs über 1 was nummer 1 simulation 1 wie ist die ok wie ist die ach so ach du scheiße du bist bocker lehne hör mir auf hör mir auf mit dem was war das für eine eckige forelle hier gerade wo gesprungen ist habt ihr gesehen flipp zack warte mal leute ich will das hier ausprobieren das müsste eigentlich normal als funktioniert ja hier ist das blöde war das nicht hier da war das oder das müsste mal gucken hier ist ja das kraut ne hier links und rechts normalerweise fängt man hier auch tabu ne ne also laut was ich jetzt hier mal beim tutorial gesehen habe aber es ist eigentlich das ist doch ja markus selber gedanke aber ich könnte die andere route probieren ich probiere mal was er aus mit diesem blinker obwohl ich das glaube und dann check mal rein hauen check mal jetzt ja eine insel mittendrin mit dem groß popper und der fisch sagt du kommst nicht alleine seht ihr das noch ne ja jedenfalls haben wir heute eigentlich soweit alles fertig gemacht die haben dann alles eingeräumt wer soll es uns machen das kann ja sonst keiner boden immer und ich habe das ding dann wir haben das geholt habe 40 oder so vier tage das war knapp und dann oder war gut jetzt gibt es gar nicht achtung wenn er geht ne lecker groß popper kommen lecker schmecker ja er kommt ja hat den ist aber glaube ich ein schwarz barsch oder augenklecken kammer das ist interessant dass die auf die groß popper gehen ne 28 gramm hakengröße 3 das wundert mich dass die das in die fresse kriegen das ist sogar ein forellenbarsch in trophäengröße sowieso aussieht das kann passieren ja vor allem war steht auf den größe fett gut sie sehr aus fett bist du geworden er zappelt dann aber da gibt es ja diese kann ich hab da eigentlich schon gefangen so ein bisschen übers kraut zack vor allem war stoffingos ich muss ein bisschen fisch waren leute es ist ja alles ein bisschen ein test ne ich habe mal den chat dran und guck mal was passiert übers kraut ne kannst du mit den groß popper machen und die sind noch mal verrückt nach diesen diesen geräusch hier auf der oberfläche besonders in everglades aber es ist es nicht einfacher ich kann das jetzt mal zeigen das ist der groß popper jetzt habe ich mal den anderen popper ran damit ihr das mal sehen könnt was ich meine so normalen popper jetzt passt man auf genau gleiche stelle hin also zicke da bist du das wahnsinn bist du das wahnsinn der bär er sagt noch achtung ich habe sich gelesen achtung du hast hunger lasse schmecken will es sehen das hast du mich echt erschrocken bist du das wahnsinn ich habe ich habe nicht mal gelesen dass du gesagt ihre achtung das war extra da bist du das wahnsinn es noch mal 10 euro zu spenden 25 euro gesamt dann in den bester tun da stadt so kannst du mir ein bobby bringen bobby essig ein schokolade noch dazu dann kann ich auch kurz lange schön mit einer das was ich bin grad so um konzentrieren der hauptnummer 10 euro ein christian halt da bist du das wahnsinn ist nicht so erschrecken alter ich kotze ich kriege die vergiftung hier kann wenn ich hier eine zwiebel essen die kaputt ich glaube liegestütze anbieten ich glaube nicht dass ich viele herkriege heute noch das möchte diesmal ist ein bobby bobby hätte ich gern bobby car neben bobby kennt ihr bobby das gibt es ja nicht das gibt es ja nicht leute was ist mit euch los heute christian was los was hast du mit geld gewonnen oder dass du mir die die eier massiert deine frau bringt ich habe doch vorhin schon ich habe doch schon jetzt muss ich noch nie gestützt machen noch mal ein kopfstand reichte das kopfstand kommt es sei wieder hoch ich probiere grad hier mit dem jet zu eiern ne christian ich wünsche dir viel spaß dabei du bist so ein sack he du bist so ein sadistig ich habe heute ich habe drei fette pizza stücke gegessen die haben family pizza haben sie gekauft drei stück ne und habt ihr runter gefressen wie sau ich muss echt aufpassen weil sonst kotze ich heute noch das wäre jetzt nicht so gut du kannst gleich abhauen mit dem scheiß bobby wir haben bobby ja ist nur bobby ich traue dir nicht mehr also klar also jetzt sage mal das ist sicher eine zwiebel mit bobby oder ich gebe dir doch eine freiwillige zwiebel geht es noch zwiebeln schmeckt was hast du jetzt da reingemacht haku reingemacht hast du salz reingemacht du hast bestellt bobby mit salz und pfeffer ich wusste ich kann dir nicht trauen hast du alle reingemacht hast du nur da wie hast du es jetzt reingemacht na mit dem löffel rausgebohlt salz und pfeffer rein und wieder reingesteckt schokolade mit salz und pfeffer das ist noch ekelhaft wie alles andere fressen hier noch eine zwiebeln sag das so mit lieb schokolade mit salz und pfeffer hast du reingesteckt und den löffel raus oh god christ dann die daumen hoch lass es dir schmecken das ist so fucking ekelhaft ich habe noch mehr auf lager ich kann sie schlucken Leute na komm hau runter du sagst auch immer schluck was so kommst raus Tom du arsch christian da ist salz und pfeffer drin in der schokolade Leute das ist das ist das kannst du mir nicht in die Hand nehmen boah das ist so fucking ekelhaft schokolade mit salz und pfeffer das ist wie das passt sogar das ist wie sex kannst du ruhig sagen wie hast du da reingauen bitte das ist nur eine kleine dosis ja kleine dosis hast du jetzt alles aufgeschnitten ist da noch mehr scheiße drin nee nein ich kann dir nicht trauen ich wusste ich kann dir nicht trauen siehst du so mit so nem komischen die Augen haben gesagt ich hab dir salz und pfeffer reingedacht ich beiß da rein da ist sicher noch mehr drin wer hat eine Million ja da ist nix drin das war so ekelhaft kauft euch mal einen Bobby kennt ihr noch Bobby habt ihr das und macht mal salz und pfeffer rein und dann wisst ihr wie es mir geht da Bobby das ist so ekelhaft das passt so nicht schokolade salz und pfeffer das passt nicht oder icke das ist wie ich kenn es nicht das ist wie eine Currywurst mit keine Ahnung eine Currywurst mit ja das boah das ist ekelhaft Alter wie bei uns hier Köl 36 hier in Berlin hier einwandfrei oh christian du bist schuld digi boah da hätt ich jetzt lieber noch ne Zwiebeln gefressen aber Daniel hat Daniel mal zuflichten gemacht ach du was du sagst Tom alter Zwiebel alter Zwiebel wär jetzt noch wirklich das alter das aber schokolade mit salz und pfeffer das geht gar nicht ic muss Daniel mal zuflichten jetzt Daniel hat das richtig gemacht boah das ist doch zum kotzen Leute ne dann nicht boah super super wenn ich das jemand sag Leute ich hab vom Zwiebeln ein rohes Ei mit salz und pfeffer reingeschmissen und so und dann sagen sie ja ich will nix und so ja dann friss mal ne dann probier mal selber und dann Schokolade und dann sagen ja ich will nix ne ja aber was machst du das dann ja weil du gespendet hast digi du bist schuld das belebt aber die Beziehung ja weil ich dachte da ist nix drin ich hab's noch gesagt ne der ist nix drin ne ist auch nicht und ich lieb Bobby ich hab's nix süße ach ich lieb doch meine Süße ne der kann man einfach nicht böse sein ne dem Schnucki ne Becker und bist ja du nicht schuld Christian Leif ist schuld Christian du bist schuld du weißt das schon ne ich find's wahres okay schönes schönes Gefühl äh Geld Geld zu spenden und dann schuld zu sein ne das ist aber das ist ja er hat schuld ich wusste gar nicht dass du auch so ein Sadist bist Christian dass du mich leiden sehen willst ich Alter ich hab grad so nen Magen drin wenn ich jetzt wirklich noch aufs Klo renne dass ich eigentlich noch die Schokolade esse kennst du dieses Kotzgefühl genau das hab ich nämlich jetzt aber ich glaub die fanden das alle gut boah ich muss was trinken Alter ich muss mich so zusammenreißen machen boah Schokolade mit Salz und Pfeffer Ei mit Salz und Pfeffer ah fuck off ey das ist so das passt so gar nicht das ist wie Kaffee mit Salz das geht nicht Leute du kannst kein Kaffee mit Salz trinken ich mein die Engländer trinken ja Tee mit Milch ne das ist auch so das passt nicht ne dein 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 wenn du's gewöhnt bist wenn du aber gewöhnt wenn du aber gewöhnt dann mach's selber mach mal Tee mit Milch probiert das mal Leute ihr trinkt eine Woche lang nur Kaffee trinkt ihr eh trinkt mal eine Woche Kaffee und dann auf den Touch am nächsten Morgen trinkt ihr Kaffee mit Milch und dann wisst ihr was ich meine mach das mal ja Milchkaffee ja und das ist der Effekt wenn du dann aber dann nach einer Woche lang Kaffee mit Milch trinkst dann bist du's gewöhnt dann sagt der Körper ja zieh's es durch aber dein Körper sagt ja ich will einen Kaffee mit äh manchen trinken ich kann zum Beispiel Kaffee auch trinken ohne Zucker und Milch aber ich brauch das einfach dieser Zucker und Milch ne und äh das ist eben dieser Effekt ne und der Effekt der Kopf sagt dir ja äh Schokolade mit Salz und Pfeffer nee das kann nicht gehen ne das ist ekelhaft genau deswegen ne wirst du vielleicht jeden Tag isst ja dann bist du's gewöhnt wenn du drauf Bock hast pfft schwer zu sagen und das ist eben dieser Effekt ne wenn man hat ne ohne Fisch nicht gewürzt nur roher Fisch zu welsen ich mag zum Beispiel kein Sushi ne ich kann das nicht essen ne geht nicht ne das ist ähm nee das ist gegen mein mein Gaumengesetz Geschmack oder wie will man das nennen ne wer ist wer ist hat mal Sushi äh hat's Sushi schon mal gegessen Sushi wer ist das ja super Markus dankeschön hat er da mein Spendenbrudi ne ähm ist auch nee hab ich noch nie gegessen krieg ich nicht ne geht nicht ne roher Fisch nee Lachs das einzige Lachs und hat Dosenfisch und äh aber so ein Fischroh nee ich muss den gebraten haben schön gut gewürzt ne Bäckchen oder Barschfilet ne panierte mh da hätte Schatz soll ich holen soll ich kaufen beim Berufsfischen nochmal Barschfilet ja ich weiß aber ich sieh keine jetzt Tom Dany soll mal bei Facebook bei Blutengel die Kamera aufgucken bitte was ich hab bei Blutengel bei Facebook Blutengel Blutengel du sollst bei Facebook gucken Blutengel die Kamera sieht man eh nur der Mittelfinger die ganze Zeit nein ja äh ich hab innerhalb von zwei Jahren äh fast äh 25 bis 30 Kilo aufgenommen ja ja wie machst das die geht selber äh die muss man nachgucken und was isste nur Kartoffelbrei oder Reis oder was isste denn ich hab vorhin äh zwei Würstwerter in gesetzt ok aber äh ich bin selten beim Kanzlerkopf oder du trinkst Apfelmittel oder nein nein wirklich nicht Ähnchen Reis und äh Gemüse das ist gut Gemüse Händchen Reis sehr gut schönen Hafenbrei am Abend du musst durchziehen ja du musst durchziehen ja und bisschen trainieren denkst du an mich ne machst bei Liegestütze aber pass auf auf dein Herzen ne die gehen ja ja ich hab ja Zucker ich weiß ja ja eben deswegen äh gesund ernähren ne weil ähm ja ist nicht so gut bei dir die muss mir mal vorher gucken und jetzt ja du musst dir echt aufpassen ne schlank ja schlank dann bist du so schlank wie Markus und ich ne ha auf den 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 Urteil von von deiner Frau wird mal äh zwei spannen mh da runter das ist gut ja wie warst du jetzt wie warst du jetzt ähm 90,80 und vier, sechs noch ne dazu noch ein bisschen äh Frauenhäute ja klar die Frau muss dir schon helfen das ist Training ne ja ich weiß gar nicht wie man sechs beschreibt es ist arge mal da gehut voll ja hast du geguckt praktik wie viel kilo hast du jetzt 97 was misst es nicht ab muss auch wiegen ja 19 rum oh mein christian leife alter heute hat es aber zugeschlagen die gine heute wird es wissen ne dankeschön für dein support danke danke 117 ja 117 jetzt 100 jetzt ne 90 um 19 was echt jetzt guck dir mal ich will doch mal du pfeife du pfeife halt jetzt was du was du so was hat sie vor 100 215 hast du 120 kg gewogen was ja kann mich gar nicht mehr 120 kg hattest du zerst ja ja kann mich gar nicht mehr erinnern ja aber tausendprozentig ich dachte du hast so 98 100 sowas in dem bereich dachte ich eigentlich so in den bereich 120 100 diebsten 120 so in dreh rum ja hast du so hast du so scheiße gefressen die ganze zeit oder was du da oder wo dick ne das ist die alle durch mein diabetes zu ändern ach so ja scheiße die tabletten ne ja tabletten alt rum und dran und jetzt was heißt nimmst du jetzt naja tausendermitamin tausendermitamin also tausendermitamin aber es geht 100 normal blutvoll dünner bla bla naja naja aber das macht nicht dick ne wär so dünner ne 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 aber dann soll mal abonnieren ja du sollst mal abonnieren dann sollst du mal abonnieren bei facebook facebook dann ist nicht so facebook typ also ja hat's schon aber aber die orsen wie wem wie you zu bennecke ist endlich meine fresse ja ich habe mal sushi gestjBe инge Jetzt Wies versucht habe ich es nicht runter bekommen richtig ne du hast mal versucht ne 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 ... Ich kann das nicht! Ne 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 mag es nicht egal ob es schmeckt oder wenn es noch so frisch ist wer so blutegel heiße wie hast du noch mal blutengel blutengel ich habe ich gewöhnlich blutengel ecke alter bist du wahnsinnig achten geburtstag wird schön habe viele eier da achte dein geburtstag wird schöner wie viele eier da dandy bär hat ganz mir heute dreckig dankeschön oh viel bis gehabt das war vielleicht ein tabu und achte kacke dankeschön dandy bär nochmal für drei euro digi 28 euro habe ich das richtig gerendet alter also ich bin wieder schrocken kannst du nicht machen ich bin doch ein schwacher alter mann der war gut hat genau den richtigen moment hat das reingehauen du hast extra gewartet mehr richtig das war man wo hat es mir jetzt gezuckt wieder her jetzt alter was ich habe es geschrieben ja der war gut wie meinst geburtstag 29 märz ich glaube da mache ich den spendenkohl raus der wäre fies ne ja den spendenkohl rein das geburtstag wollen wir was spenden geschenke geschenke das lieb leute ich danke euch ja sehr ne ich gebe ja immer was und ich mache immer ein bisschen show und so für euch wenn man mich support ich kann es ja brauchen wegen firma und so was bescheid ich habe bis und deswegen mal ich mache es ja nicht nur wegen dem geld nur ich mache es damit ich mit euch kommunizieren kann dass wir spaß haben und so und wenn eine spende reinkommt egal von wem und so ne ich danke euch immer sehr natürlich das ist hier oben herzen christian dankeschön wie geht und da habe ich dir eigentlich auch mal was gegeben wegen dem spiel oder christian kann es sein ich habe dir doch auch schon was gegönne ja oder ja 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 richtig ja genau ja nicht dass wir das vergessen leute ich gebe auch mal was du brauchst leute im leben meine lieben freunde wo die ohne mit der wimpern zu zucken helfen weil es ist eigentlich schwierig ich habe ein paar leute gefragt so ich kriege das schon selber auch hier aber du brauchst jemand vielleicht wo ein bisschen geld hat und dir ein bisschen unter die arme greift sagen wir mal so ja klar kannst du gehen wenn du wenn du wenn du eine firma gründer das kannst du bank gehen sagen du jungunternehmen und bla 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 ich habe das damals nicht angenommen beim filmen dann kriegst du es nicht mehr und gibt ja so eine förderung und wenn es um das geld geht werden viele zu arschlöcher eigentlich dann sind sie alle weg und haben eine große fresse aber nichts und dann brauchst du diese leute wo dir wo ich würde sie auch tun der die wo mich kennen ich bin ich habe das immer gesagt wenn ich geld hätte ja wenn flat was bräuchte oder schatzi oder sonst wer und ich hatte das ne oder ich gesagt wenn ich merke er braucht das wirklich ne dann will ich aber den kontenauszug und alles sehen und so und jederzeit würde ich das geben was ich habe vor einem monat eine freundschaftsanfrage gesendet aber irgendwie kriege ich keine antwort von dir er hat mehrere profil dann hat er dieses ecke profil dann hat er dieses brandenburg profil dann hat das xy aus der ich bin fan von dir profil volle premier profil dann ist die alte profil ja dieses spater 5 machen wir dieses spater 5 ich hab bei blutengel jetzt das ist spater 5 alter was ist dafür drogen genommen denn der tag wurde das gemacht dass das ist spater 5 ich bin ich bin ich bin so ich weiß ich habe ich morgen bei frühstück fernsehen gesehen weil kennst du spater 5 spater 5 das habe ich morgen bei kennst du bist echt ja heute morgen bei frühstück fernsehen dieses spater 5 flatt ist das spenden wurde ihr zwei seid eigentlich an der stelle einen top spendern ich hatte blaut und markus c mk gaming liebe freunde wirklich ich weiß es nicht was mit ihm los ist ob der noch lebt weil dann die büste bloß bei mir aber die gruppe gucken wo sie mich findet ja machen das nachher nicht guckt habe ich habe ich dich im facebook ja klar weil ich schicke dir das nachher im geld ja heute mittelfinger zeug auf facebook nee des spater 5 okay this is spater 5.0 blutengel icke Mon Dickies Dombaton ist hier was das ist auch noch wach weil ihr seid doch wahnsinnig ne ich dachte ich bin der einzig verrückter hier von allen dabei seid ihr alle noch verrückter wie ich und ich dachte und ich dachte ich habe schon den hohen standard hier der verrücktheit darum die zeit um 1.20 Uhr noch zu ich hab heute den ganzen tag war mal dran hier wissen wie wir eigentlich kaputt sein müssten es geht eigentlich hat bisschen kreuzschmerzen gehabt heute und dann habe ich sie dann heim gefahren und dann habe ich noch denn sie ist noch mitgegangen ich habe das schwere teil raus gelupft von hinten vom kaufraum leute dieses schleift gealter wie das was du fühlst wenn ihr was das kilo 30 40 mehr ich weiß es nicht war mal jedenfalls schwer ich denke mal so 30 kg wie ein betonsack eigentlich so in dem bereich sind mehr hatte ich schon wieder empfehlt es haben guckt leute der narkospoon der funktioniert eigentlich macht es schon ecke ist schon da wer hat gefurzt christian 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 dg das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet heute muss ich mal ehrlich sagen hast du mir heute da so ne die spende danke schön aber voll dankeschön ich werde es in ehren halten ich werde es auf die seite legen für dann wieder mal ein spielchen auf die g ich habe das immer gelesen weil das verzögert kompass die kunde ich habe gar nicht auf den check geguckt ne alter du ich bin jetzt zweimal erschrocken am ersten bin ich schon erschrocken die drei mannen weil das spiel eigentlich so ein bisschen relaxer ist so ein bisschen ruhiger alter welchen rohspiel spiele dann kriege ich die echte padel einmal die schreikrampf dann was haben wir denn achtzehnte jetzt muss ich überlegen achtzend morgen kommt flatt ne morgen kommt flatt die blau die neuer ich habe ihm schon geschrieben er morgen wieder weiter tätowiert stimmt ja überlegen müssen klar ich habe ich hoffe dass ich glaube ich hole morgen kommt wieder mein auto dem habe ich als auto noch poliert eine karte ist natürlich ich sag da die gina also vom bruder der bruder hat sich gefreut da hat er gesagt ich gebe ein bisschen höher ich probiere gerade irgendwie vielleicht dass ein tabu weil wir machen das jetzt gleich mal jetzt ist gleich mal die tabu zeit vielleicht heute man aber die biszeiten sind nicht gut und mit dem großpopper funktioniert das eigentlich auch normalerweise aber letztens bin ich eigentlich hier rein habe den großpopper reingehauen habe ausgeschwissen boben zweite wurf und tabu ich bin mir nicht sicher ob es ein fehler ist im game wir haben noch mal den großpopper ran das ist dieser hier fettes teil wo eigentlich normal funktionieren ich habe eigentlich der bohne hier auf der seite gefangen das problem ich komme nicht so weit raus müsste auch ein bisschen stückchen weiter kommen aber das problem ich habe den großpopper mit 42 gramm nicht reingeknallt und ich kann ihn hier nicht direkt kaufen aber probieren ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen haben wir nehmen was becken muss gesagt nichts mehr auch noch einen schluck kugel glasch ist alle also die ist auf den hug als wäre das wasser he das sind drei gläser oder so ne bäckchen vier ich habe ich habe ein halbes getrunken christian der christian ist heute mein edler spender meine lieben freunde 10 euro 10 euro sind 20 25 28 euro ich sage wirklich danke danke christian für deine edle spende sich selbstverständlich das heißt du hast mich lieben dankeschön wir haben uns alle lieben wir haben uns alle lieben nee ich danke es euch ja sehr ich kann es brauchen das leben kostet geld ich weiß so nicht einfach und es hat alles so ich reiß mir jetzt wirklich den arsch aufnehmen mit allem und wirklich leute ja eigentlich schon seit drei jahren und wie es beste eigentlich und man kam es auf meiner seite das weiß ich ja aber ich muss ja auch was dafür tun von nix kommt nix und ich möchte das jetzt einfach dass das richtig funktioniert und läuft von dem her jetzt gar nicht schlecht das wetter spielt mir ein bisschen ein bisschen eine rolle das ist immer so ein bisschen kacke viele leute sind halt so schönes wetter ist und jetzt ist noch so windlärlich und ne aber ich weiß ja wie man verhandelt und man muss ja gucken wenn du selbstständig bist dann willst du das jetzt aufziehen das ding die haben wir heute geschrieben von den gewerbeanmeldungen dass sie keine zahlung gekommen hat das ist durchgegangen die 2014 das muss ich noch warten habe noch keine unterlagen deshalb wird es halt erst märz werden und ich habe dir jetzt geschrieben und druck rausgemacht für die süße dann nie kleiner als drei was war das jetzt was war das jetzt markus für wochen 24 was was war das jetzt ein bild warum ist jetzt kein spender deswegen ich dachte jetzt war ja klar das geht ja auch wenn ihr im bild rein macht oder nur so ohne dinge wie ging das jetzt markus wie wenn du spendest dann kein bin wenn du bist wenn du spendest dann kommt doch immer der spenden kohle eigentlich normal dass das warm 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 oder oder das ist ein frellen barsch oder hast du das kann man das abweg schalten und sagen nee jetzt kommt nur her was hilf mir mal jetzt bin ich gespannt was jetzt habe folgendes problem headset steck hat irgendwie einen schuss wegen wegen heute erst mal gucken ob mein neues geht jetzt hat er den schuss ja nur gespendet ah vielleicht diese fünf euro irgendwas das hat er nicht übernommen kann das sein weil es eine zahl ist wo er nicht checkt das hattest du schon mal geschafft ne mit deinen komischen zahlen bei kurs c du bist der beste dankeschön ja ja wenn du fünf euro irgendwas ne dann ist ja normal mama mia gekommen oder sonst so eine gewisse zahl sagt er dann nee den spendenkopf check ich nicht weil ich ja 1 bis 5 ab so und dann sechs bis irgendwas und zwischen diesen zahlen diesen 5 24 65 99 geht das nicht vermute ich jetzt mal ne weil es dann überschneidet das muss an dem liegen so groß poppa tabu aber wir kriegen da meine lieben freunde ich gebe hier auf ich probiere das beste essen mussten da und hierbei ist ich habe doch da auch schon gefangen zack rein in die nutze ich muss jetzt hier fisch fangen leute das geht gar nicht ich verliere das ganze geld hier ich habe schon über 100.000 gehabt aber jetzt leute tabu und probieren kommt kommen die geht abo gibt mir alles kommt ihr einen bis vom tabu ein bisschen konzentrieren dass ich höre wie der poppa hier wie ich den durchziehe das macht die nämlich verrückt aber das ist so ein kleines pack oder es ist wirklich am abend eine gewisse zeit der poppa musst du dazu über schwierig ich habe das ja letztens probiert bin ich raus aus dem game also rein ins game eigentlich nicht raus sondern rein ins game dachte ich so okay jetzt probiere ich mal mit dem großsein groß poppa gucken was passiert und dann habe ich den dingen reingehauen was das gemacht und eigentlich schon trophy größe von snole knie gucki snrolleu sök target hier brauchst du den everglades brauchst du ein bisschen mehr geduld wenn du mit dem poppa hier rumeierst rumeierst da musst du immer so links drückst du und damit rechts schnell zu denen hat immer so dass er so und wie gesagt ich mache ja alles richtig wir wollen halt nicht zurecht der vogel geht mir so auf den sack im hintergrund ecke dieses gequitsche von dem ich könnte einen reinhauen der vogel pfeift sich an und es beißt einfach kein erstes oder alter alter als würde poppen irgendwo hinten im post drin in dem schilfe das ist das nervigste in everglades das kann ich nicht glauben die biszeit müssen jetzt 11 30 ist so eine zeit wo ich bin dran ich letztens weiß auch dass er gewissen hat und groß pop aber da kommt doch keiner und die stelle wäre schon gut aber da habe ich eigentlich gefangen ich schaffe das was du schaffst was marcus was hast du geschafft wir probieren was er aus leute ganz kurz probieren überlegen welche waren das war das der wir probieren mal mit dem green bett was passiert wenn ich den probiere ich komme da nicht so weit raus ich brüchte ihm ein bisschen schwere so 42 gramm ich habe leider nur den einen der er geht ein bisschen tiefer probieren es mag kommt der tabu ist so geil ich kenne das macht so ein schneller hey die rute biegt sich im halbkreis ich guck die halbkreis hier mit dem kopf hier ja naja guck dir wir müssen so richtig schön so zu halbrecht auf dem vierten monitor ich will noch zwei motor ich habe hier so ein teil wo kommt die kalt rein also schatz hier offen ich dachte was sie begraben karten zusammen christian graul ist auch am start moin digi da heute geht es bei mir ab er ist sowohl geile christian ist hier christian graul doktor doktor christian graul christian graul christian graul christian graul macht mal kommt mal hier ausrufe zeichen challenge abstand ich geh ne wie hast du noch mal muss man reinschauen im chat sonst weiß ja nicht der namen ob es ist kein tabu ne oder oder doch nee ist nuki also geht doch ein krein bett all das ist ein schwergeburt du musst ausrufe zeichen wie hast du noch mal ich gehöre in chat gehalten oder ecke weiß kann auch nie der name da könnt ihr euch gegenseitig die fresse polieren so das ist ein snuki ich glaube profi so wie der zieht das ist gut leute so will ich das haben das aber aber jetzt ist schwer geburt ne profi größe die also gewöhnlicher snoog mit 86 zentmeter läuft schöner fish snuki halt ne aber da geht ein tabu und auch noch meine lieben freunde ich weiß dass es funktioniert es muss gehen warum einmal hier knapp um kraut wo sie da eigentlich gar nicht sind oder doch ich will ja keine eine werbung machen aber ich mache jetzt seit drei drei tag auch youtube läuft echt wie mit facecam und so oder nur so spontan sag die verkaufen mäßig und wieso keine werbung also werbung man kostet extra für drei tagen youtube youtube warum tust du dir das haben christian warum du studierst ne ist doch gut bei der tabu lässt echt auf sich waren das ist für eine sakraten der tabu er geht mir so auf den sack so das ist so nerviges ding ich glaube es liegt an everglades früher hast du dir eigentlich richtig gut gefangen weil der queen wird der funktioniert eigentlich habe den chat probiert den großpapa einmal reinhauen neuer köder rausgeschmissen bumm und dann auf einmal ist wieder ende habe ich ein paar gefangen und dann ist wieder vorbei ne du für eins ist eigentlich gut mit dem quaint bed aber irgendwie sagen die das ist ganz komisch da haben wir auch mit schwimmen probiert das ist eine gewisse zeit wir haben jetzt seit elf vor 45 die biszeit ist eigentlich laut die wirken bis wir gehen ja gut eingehören guck mal der bleibt nur oberfläche das wird uns nun werden wird dann trommel aber ich habe noch probleme mit dem rauschen im hintergrund und das will komme ich nicht weg rauschen im hintergrund was in rauschen vom mikrofon was das für mikro ich kann dir gleich helfen was machen muss zum filter reinmachen oh was ist das für trommel was wird der heck was 102 was roter trommel in trophengröße 102 cm was von rauschen vom mikro wenn du redest im rauschen vom mikro oder vom ja ich muss euch ein bisschen beschäftigen mit dem ist zu kopfhörn mit dem mikro da sind rauschen also die ich sag dir jetzt was du machen musst du gehst auf obs ne gehst auf gehst auf selber gucken gehst auf einstellungen ne blödsinn du hast das mikrofon audio mixer ne bei du hast quelle du hast zähne quellen und audio mixer und das ist ein mikrofon da kannst du auf dieses zahnrad beim mikrofon wo der ausschlag ist gegen gegen der schlags im aus hier unten gehst aufs zahnrad und da noch filter und beim filter hause rein rauschunterdrückung heißt das was du sie rein rauschunterdrückung und dann hast du den unterdrückungsbegel db minus 30 db dann hast du das rauschen nicht mehr bestellen ich kann es jetzt hier im stream nicht zeigen ich probiere es mal das wird nicht gehen weil dann haben wir es doppelt so hier in der audio mixer hier hast du den audio mixer und da gehst du hier wo das mikrofon ist wo du das drin hast ein kopfhörer hier eine kasse auswählen hier eine eigenschaften mikrofon aussuchen da gehst du hier auf das zahnrad dann gehst auf filter dann öffnet sich dann machst du hier bloß hier musst du bloß machen und dann nimmst du rauschunterdrückung bloß hier auf das bloß hier klicken rauschunterdrückung dann hast du den rauschunterdrückung und den haus auf minus 30 db oder minus 40 plus gewisse und dann hast du das rausch nicht mehr hatte ich auch ins hundertfache ne siehste ja so machst du das und denn neues geht eigentlich das ist eigentlich der wo den schwellwerk weg macht beim reden das ist eigentlich so auf minus 33 minus 32 öffnung und das habe ich so wenn du noch nichts sagst außen runter aber da brauchst du nicht mal nur die rauschunterdrückung auf minus 30 mal und dann geht es eigentlich normalerweise außer der mikro sagt du kommst du wieder so verstehe ja von papa könnt ihr noch was lernen meine liebe freunde na süße gut siehst aus schlank bist du ein probier mal dann kannst du mal aufnahmen machen und testen ich bin auf dem monitor so meine lieben das war jetzt ziemlich jemand tabu zu fangen hier kommt die muss auch mal einer gehen hier aber die brinze ein bisschen runter muss jetzt noch ein bisschen kilo fisch machen heute das hilft nix rauschunterdrückung ist das beste auf der welt dann hast du das rauschen beim mikro nicht mehr du musst hat das mikro auch auf 100 prozent stehen oder 98 mikro kommt davon was ein headset jetzt auf 100 beim mikro ich aber das kommt davon dass ob es einen fehler hat ob du im laptop bist ob dein soundcard im arsch ist oder wenn es an dem weg ist kann ja was anderes sein wenn es jetzt bei dir rausch ne Geld ist im game sehr wichtig ich habe 100.000 irgendwas gehabt das habe ich natürlich hier wieder bezahlt 6 everglades wenn ich doch bei sein crocs noch geblieben hätte ich jetzt schon 200 voll was soll ich jetzt hänge ich mal einen anderen crane dran weil der geht eigentlich normalerweise das ist ein wahnsinn leute es ist echt everglades ist so ein wahnsinn hier das ist echt zum verzweifeln roter trommler hat einfach ein quaint gebissen das hat mich eigentlich jetzt gewundert es kommen gleich die fische aber im gaming wc asus werden dem tatsächlich liegen das liegt auch schon dann hau rein minus 30 und dann mach mal aufnahme testen dann hörst du es gleich was ich meine also minus 40 oder minus 30 rauschen du hast aber schon setze das mikrofon eingestellt und nicht dein irgendwie anderes mikrofon oder kamera vom gaming asus kein laptop na christian leistet der der die wir einfach hier rein dankeschön die geht bitte bitte viel dank für die kohle ach sorry vielen dank wie lieb von dir dankeschön ich kann es brauchen und sehr lieb von dir respekt hätte ich nicht erwartet heute in der nacht ich habe einfach spontan auch gesehen weil es geht eigentlich noch jetzt bin ich langsam müde jetzt gucke ich auch gleich mal eine sendung 1 40 schon ich wollte eigentlich nur unter buch fangen und ein paar fette fische aber irgendwie wollen die jetzt mit dem system wo ich hier habe diese green bett obwohl die eigentlich funktionierten ein meter green bett ja was in dem moment wo ich so gezupfelt hat kann ich mal probieren soll ich mal probieren ob das funktioniert immer so stoppen sie wenn ich wollen wollen die nie keine chance da drin musste nichts wo dann wird noch nie was gebissen hier in dem bereich ich komme nicht weiter raus ich probiere was der funktionierte auch nennen dann habe ich auch schon letztens probiert diese blaue habe ich aber schon unter buchen gefangen mit dem ding probieren wir es mal noch mal kommen einfach rein in die luci und probieren wir schade dass man hier kein boot nehmen könnte dass wir einfach interessant hier hinten rein zu schmeißen ich denke mal dass das sicher was gibt ne ich habe die falsche ich idiot ich habe eine stufe gehabt mit 42 gramm das ist total bescheuert gewesen jetzt habe ich versemmeln das bin der bett eigentlich der seine haufe der bogen der funktioniert auch nicht ja jetzt habe ich verkackt leute weil ich auf stufe eins hatte alter gott im himmel bist du blöde alter bist du blöde der marcus c der marcus c haut 11 euro 11 reinig wie ein halber herz kasper das kannst du nicht das kannst du nicht machen die ich krieg echt ein herz kasper hier ich muss das echt mal leid leise machen ich gehe aber ich lass es so ey alter ich brauche eine dhp gerade jetzt bist du das wahnsinn ist marcus alter bin ich jetzt erschrocken der das war jetzt der größte erschrecken wisst ihr warum weil ich mich so auf den tabu konzentriert habe da habe ich so ich bin schon müde kennt ihr das wenn man müde ist dann wird alles noch lauter kennt ihr den effekt wenn ihr müde seid aber der effekt ist du bist dann wieder wach nee nee kennst du den effekt christian und leute wenn ihr müde seid dass alles noch lauter wird wenn wach ich zitter gerade vor lauter ich bin jetzt so schocken marcus der war gut ich war so im schlafmodus und haben sie gedacht ja fuck der brun dankeschön marcus für 11 euro 11 alter der hat gesessen fuck nur laut und dann kommt noch der hund noch hier muss so laut das video von dem aber ich habe verkackt hat mit mit dem so ein leises spiel ist einfach so gefährlich wenn das laut ist da schreckst du genauso eigentlich also du kannst auch ein baller spiel spielen erschreckst du genauso aber ihr seht das leute an der bun es ist echt schwierig man immer mal den mit dem hatte ich eigentlich letztens noch gefangen ja das war er viel bis hat er es gesehen leute jetzt habe ich den schuss geführt ehrlich es war was dran es war wenn der bun bei ist macht aber der blick ist natürlich schwer der casting 242 kam es geht so musst du gleich hochziehen weil sie ein bisschen weiter oben wo weiß sie doch weiter unten ich habe den eigentlich immer oben gefangen wo ich der zupfer leute ich muss mal rechts oben gucken so geil achtung mit dem linker ich weiß nicht wieso also stufe vier die sind schnell genug wieder wohnen aber der blinker ist hat so den anderen kriege ich nicht weit genug raus die bis zeiten werden gut probieren wir mal den spinnerbait nochmal ich habe ein spinnerbait eigentlich noch nix gefangen ich verstehe das nicht marcus so jetzt ist er um wieder wach und ich kann bengi alter definitiv wach ich brauche zum den modus wie ich jetzt sage ich gehe jetzt gleich mal auf pennen also eins müssen wir mit das boom geht normal als winter boom es bin ja funktioniert aber nicht ich habe das jetzt schon in barmau probiert letztens hat es noch funktioniert auch in dem bereich hier aber jetzt habe ich es verkackt danni schön grüß von marcus bäckchen ja schon nackt in dem bereich hat schlafen oder das war ich gerade vorhin auch bevor marcus 10 noch gesperrt hat und christian christian was mir auch erschreckt die ganze zeit 2 2 3 mal alter kasper hier hat immer gepasst ja ich klicke alträume heute wie sehr alträume ja hat immer gepasst hast ja extra geguckt ne christian der war gut der hat gesessen das bin ja wir sind schon fixen down die war heute schon ein bisschen kreuz ich weiß nicht der spinnerbait ist ein arschloch ne kann man das echt so sagen ich glaube ich kriege echt glanzene köppel kretze hier da sind ja wo sind sie hin sind sie auf hochzeitsreise oder wat wat wer bist du denn hier ja ist ja wahicke wenn spinnerbait denn führst du so ne hoch dann lass sie noch kurz runter so zu springen ne und was ich weiß die tabune ich gehe eben auf die höhe weil da habe ich es eigentlich gefangen vielleicht muss ich es mal oh und hab ihn oh sag mir bitte ein tabun oh 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 das könnte einer sein ne warte vom fluchen hilft immer und dann er stimmt komisch das ist noch ein kleiner tabun wenn es in der bundes oder erstens look und der boom bei sanders ok in snook hat gebissen soll ich mal unten probieren dann hochschnell das kann ja auch mal probieren probieren wir mal am boden meine lieben auf dem boden da sind die hoden gehen wir runter oder so halb auf dem boden so ok der hat funktioniert auf dem snook jetzt das ist logisch mit spinnerbait das spinnerbait lässt du eigentlich immer so fallen ne und siehst du hoch und dann lässt du fallen eigentlich so ne das problem der route ich hab das schon probiert ich müsste weiter rauskommen ich vermute die sind weiter hinten weil mit dieser route und der schnur ich hab dann eh schon eine leichtere hingaben wo 15 komma irgendwas kieler aushält das musste weil sonst reißt dir die scheiße wenn da so ein großer hänger das ist das problem der spinnerbait ist eigentlich so ein guter winkern wo eigentlich funktioniert aber das probiere ich jetzt schon deshalb hat sich ja so gewundert wo ich den poppa den großpoppa probiert habe letztens das ist ja ging ja dann gut ne meine lieben komm Amy süße ist wieder ein toter da von früher wo gestorben ist hier mal oder siehst du wieder ein geist geist verpässt dich Amy komm rein komm raus wo ist mausi da Amy such mausi da war schon boh spinnerbait das ist einfach nicht logisch leute der spinnerbait funktioniert aber jetzt geh ich jetzt schon her 60 Kilo erst war schon schwer geworden ne Ecke Markus C dankeschön für deine Edelspende alter 5555 hört doch auf leute die weltgöttliche Zahl hab ich drin ja ich hab das einfach mal reingemachen weil es halt eine weltgöttliche Zahl ist ne 777 ist eine weltgöttliche Zahl ist wirklich so Mädel ne hört ihr den Fernseher ne und hat es funktioniert äh äh der der Christian hier mit OBS hast du probiert Aufnahme also spinnerbait ist das größte Klump wo es hier gibt auf der Welt Leute das ist ein so ein scheiße Arschköder oder Blinker da sind den Drecksköder dann würde ich das dieser wär gut ne der wird eigentlich auch funktionieren ne aber der funktionierende was guckst du beckin alter laufen die raus oh dann werfe ich aber gut hin mit 24 und was das bin ich gespannt wie weit oder ist gut 60 Meter ja was 24 Gramm aber er ist so dünn ist der läuft so gut ne den kannst du gut werfen deswegen guck mal Leute wie ich den Köder führe wie Gott und eine Hand ne besser gehts nicht ne aber es beißt nix nur der Vogel schreit rum das ist Everglades Everglades hat nen Fehler ich komm nur noch das jetzt mal rein Großpopper soll ich mal rausgehen wieder rein vielleicht ist es ein Bug wir haben hier bisschen links aber jetzt ist für mich ein Rätsel muss ich ehrlich sagen, ne Christian? Das ist eigentlich so eine Arsch-Map Ich will doch nur Tabun und das ist ein Medium Spoon, Leute Medium Spoon ist ungefähr so wie wie 6 vom Tabun, keine Ahnung ich kann hinschmeißen, wo ich will, hier ist eigentlich normal dieser Bereich, wo du sie fängst und links auch hier haben wir einen Fehler gemacht irgendwas irgendwas ist faul, ne? Das klammern wir mal runter Motiv ist es ja nicht hier Machen wir mal folgendes, machen wir mal das Auch nicht logisch weil Tabun ist ein schneller Fisch Mich hat es ja gewundert, wo ich einen Großpop bei hier in Tabun gefangen habe So, jetzt bin ich dann bald beim Down weil meine Augen haben es schon sagen Schlaf, Kindlein Schlaf Der Icke Der Icke Der Icke Der Icke Der Icke ist ein Schaf Schaf Icke Schaf Äh Schlaf Der Icke Der Icke hat ein Schaf Er schert das hin Er schert das her Er hat gleich Wolle Ich will noch mehr Der Icke Er schlägt an mich Ecke Er schlägt an mich Icke Deine Frau schon am Schlafen, Icke? Oder wie? Was war das denn? auch mir eben was daran kuscheln rein schlafen morgen fein frühstücken kakao oder kaffee oder hohes ei am morgen vertreibt kummer und sorgen guck mal ich probiere alles ist ein medias buhne mit stufe 3 ich werde die echt verarschen everglades ne und dann mache ich vor auf 17 uhr oder so ne aber die biszeit nicht am abend weiter beißen die und dann fange ich den wetten sollen wir mal probieren einfach auf gag probieren das jetzt mal weil es das kann ich nicht verstehen weil das ist eigentlich ein medias buhne funktioniert ja hier ist ja eigentlich jetzt fängt die biszeit an 13 guck mal das ist eigentlich so der höhepunkt jetzt das ist alles perfekt die wollen das stimmt die biszeiten stimmen ich hab's in der mitte wo wird ich hab's unten probiert ich vermute es ist ein fehler der medias buhne das ist eigentlich genau der wo eigentlich für die der bohne und für diese fische geht aber die die es will nix ne ich ich habe eigentlich biszeit ist eigentlich gut normal was soll ich denn noch machen alles perfekt meine lieben ich muss ja ich mal offline spielen offline spielen und checken was das problem ist hier wir haben morgen erst ob es ja was ist genug ich will denn der bohne und der ist wirklich viel medias buhne ich weiß nicht warum denn ich gehe dick und christian und da sind immer so viele leute die leute noch alles natürlich auch feier mal schlafen gehen oder es ist jetzt doch einer ne das ist nun er zieht auch nicht so ich bin auch sehr müde leute ich probiere jetzt einfach noch und checken ja das ist genug das wusste ich so ihr beißt der bohne will ich wissen was ich jetzt mache grupp und chat ist eigentlich auch gut probieren wir noch mal den grupp machen einfach mal medias buhne 24 gramm dann nehme ich mal folgendes ich mache es jetzt mal so probier mal nämlich 25 gramm kopf und diesen grupp machen wir diesen wo ist mein gruppe ich habe keinen gruppen mehr drin achten habe ich raus gemacht warum also auch da an gruppen oder man größeren grupp sieben zentimeter wir probieren das jetzt mal aus weil ich möchte das jetzt einfach wissen wir haben wir hier rein so ich kann so muss ich probieren ich lass mal unten was passiert und weiß dann drum lauer und snuck eigentlich kann es auch höher ich kann natürlich den schwimmer schon auch reinhauen was sich das sind es mich an den ohren weißt wo ich immer als zauber habe hier dusch rasiert heute volles volle programm wie immer klatt wie ein baby arsch hier ja und keine haare keine haare an den armen hin nix so was kommt ich mach mal kriminell ich gehe jetzt mal auf auf durchfüllung hier längst auf der insel insel mit zwei bergern und den lieben eckelein er muss dann ihre somit zwar werden ich verstehe es nicht warum da kein tabu dabei ist es ist ein gruppe da muss aber ich verstehe es nicht das ist eigentlich genau das ding wo der tabu eigentlich beißt ich vermute es echt ein fehler wenn ich raus gehe wieder rein ich mache alles perfekt leute stop and go besser geht's nehmen ich verstehe es nicht das ist mir seit seit monaten ihr habt das denn die ist seit monaten so ein rätsel man kann sie hier fangen dort fangen es geht nicht hier ist hier sage ich die bereich auch in anderen map laut tutorial ist nichts ich habe das echt probiert auch mit mediums mit den einen castings wohnen wir haben da alles geändert tutore neues gibt sich von jetzt hier 2019 oder 20 oder keine chance christian ich bin erst mal raus ja ja vor allem viel spaß die die wir hören uns dankeschön bist dabei gewesen sein wir hören uns dann wieder die g ja ja ich freue mich ne eke also schlaf schön schön grüßen eine frau ja ich schieb mir drin ja ja also tschüssi dann ja auch eine ecke klack ja gute nach ich brauche ein spinner vielleicht funktioniert der bisschen besser und wenn nicht dann ist es halt so wie ich rüber und scheiße ins klo ist komisch funktioniert irgendwie nicht christian was der spinner bullet spinner funktioniert nicht wo eigentlich normal für den gedacht ist ich bin ja früher das immer viel besser funktioniert leute das ist eigentlich vorbei ne das ist es ich weiß dahinten fange ich will aber da drüben fangen ich will halt da komisch ne mir sagt ick vorhin geschickt mädel gute nacht markus du mäderspa was du mädel was stufe zwei wer als gut hier mit dem spinner aber das ist ein fehler christian garantiert was spielst du eigentlich die geht nicht vor speed nicht vor speed bis im rasen das neue ist gut was hast du bezahlt das kostet gerade noch 35 euro 35 echt 35 euro ja wo ist dann nicht nicht vor spiel ich probiere jetzt mal was aus hatte ich habe jetzt gar keinen plan mehr was ich machen soll der nervos bunder funktioniert das weiß ich nur diesen medien spuren den einen habe ich nicht diesen casting spoon ja hat man funktioniert damals noch vor 30 jahren oder so und ich komme eigentlich da schon ein bisschen raus mit 21 warum weißt du warum ich jetzt nicht mehr live gehen nee wieso was ja hat es funktioniert christian hat es funktioniert mit dem einschang 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 mit der andere christian der kraul was was für eine uhrzeit so bist du bist live gehen was die überhaupt was falsch eingestellt oder so du musst die du musst deine aufnahme stoppen hast der aufnahme gemacht und getestet nach der aufnahme nicht gestoppt kannst du ihn starten und fertig wenn man keine ahnung hat dann wenn man keine ahnung hat dann wenn man keine ahnung hat dann wie ganz normal obs die gibt es los was der geht auch nicht dieses dieses casting spoon wo normal funktionieren würde keine chance leute ich kann auch nicht mehr ich kann mich nicht mehr konzentrieren ich gehe jetzt auch ins bett leute hilft nichts mehr ich habe keine ahnung was du eingestellt hast ich kann dir jetzt da nicht helfen ehrlich gesagt ich weiß nicht was du was du gemacht hast musst du im obs einfach auf steaming starten und was machst du falsch tiki das tippe ich mal was ausprobieren laden ich habe da geht nicht ich habe das doch schon probiert mit dem quaint bett hier da kannst du 35 wo ist der blaue 1 meter quaint bett ist es ja nicht da da steh ich nicht mehr drin das habe ich schwer danke schön fürs dabei gewesen sein du hast irgendwas falsch eingeschaut denke ich mal schwer möchte ich nicht kauf ich probiere katholische katholische ausprobieren 42 gramm hat der ne zwei meter runter ist ein silber gell du musst mal gucken was was das problem ist christian ich kann dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht helfen du bist du für stufe 2 das mal oder geh weiter runter du wärst hoch läuft unsere sendung weg hier ich verstehe nicht warum diese quaint bett dieser dieser nicht geht dass ich das ich verstehe das nicht das ist mir echt eine spur zu hoch er wäre eigentlich jetzt so weit draußen 42 gramm stehen wo man den nicht weiter werfen kann mit der schnur ich habe eine gute schnur drin aber ich probiere noch ich sitze schon so guck ich drin so kurz vor meinem pennen wir zwei metern dann lass ihn mal hoch ein bisschen wird so lachen kommen ja das ist ja ja das ist in der punkt alter was macht er was war das jetzt das sind der bohren der schwimmt mir entgegen das ist ja leute also hat gewissen die technik war gut was war das in der bohren leute wenn er so schlagt hat er das gesehen ja wer ist noch hier jetzt das kann nicht sein leute das schwimmt mir entgegen die ganze zeit schnur die spinnen doch komplett die fische ne ja das sind der bohren und da nicht mal schlechter glaube ich wenn er so wackelt siehst du ist in der bohren der der fett wird immer so rum alter hat der gewissen what the fuck schon mal schatz hat der heck guck mal und guck mal ha man leute lang hat es gedauert guck hat sie auf die werde ich gehen tabu ne also funktioniert doch behalten oh yes ok also ihr habt doch gesagt leute die technik die war jetzt gar nicht schlecht ne mit dem kräfer zwei meter ok hat funktioniert da geht zwei meter runter bis jetzt stoppen dass er so hoch geht das war gar nicht schlecht glaube ich das sollte er jetzt eigentlich ganz gerne hat vielleicht gibt es doch trophy größe oder einzigartige tabu das wäre geil das bisschen die schnur zurück weil wir das war schon im gelben bereich also funktioniert das hat jetzt schlasser schwer geburt ja und glaube ich hätte wie der gebissen hat ich lieb das so das ist sogar mit der bunen hat der ist mir gegen geschwommen dass ich den jetzt nicht verloren habe der ist richtig gut eingehakt ne wow habe ich glück gehabt jetzt im großen wo ich da in wo die hechte waren war ja ganz ruhig mal kurz auf also wenn man becken ich muss kann doch reinziehen hier kann jeder nicht stoppen wollen ok jetzt gesehen christian christian ist von racing fieber gerade hat gebissen hat gebissen aber sie sind so extrem selten was mich eigentlich normalerweise verwundert weil normalerweise müssten die eigentlich auch so vertreten sein wie die anderen fische aber das ist seit 14 uhr ja ich glaube die technik ist ganz schlecht hier so ein bisschen und dann wieder hoch und dann wieder zeit und dann wieder und dann wieder und dann wieder du fernst es nix ist ja noch da jetzt ganz radikal ich glaube dass er so perfekte drüben ja ich bin noch da ich war nur rennen da geht es nicht ok stehe ich nicht die pune sind so kacke denn sie wollen einfach nicht ich probiere doch alles was möglich ist komisch so bei mir noch wenigstens habe ich da jetzt einen schönen gefangen aber auch gut so mit grün bisschen zupfen spielt er so schön ja 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 jetzt leider kennt er wohl oder so wie die gewissen wo heute die technik leute was ist das es knackst im karton es knackst im karton das ist und er hat es ganz komisch gebissen es gibt ein snooki oder ein trommler habs auch fisch leute jetzt geht es los es ist gerade ohne grund aufgeben das war voller creepy was hey meine die ist gerade ohne grund aufgegangen auch die hier aufs killer da gibt es keine poltergeist die hier aus der poltergeist bei dir da hause vor krieg seit der wind der wind es geht ab bei dir digi was hast du heute wieder für drogen genommen nicht was kille geht einfach die tür auf schatzi hat ein poltergeist bei ihm zu hause alter der ist gut das ist troffi der spaß die hätte ich nicht aufgehen können ja sei doch froh längstens ein poltergeist hat egal spritz ein bisschen weihwasser ist er weg wer ist denn vor kurzem gestorben digi oder so oder irgendwas aber leute der ist gut gebissen hat er wie ich kann die bremse gar nicht mehr höher drehen ich krieg den gar nicht rein ohhhh alter der troffi kommt leute guckt den scheiß an hier zumindest bin ich hier eine also die g bin ja auch da ne ich möchte hier schnell austreiben das ist ein snooki aber was für eine fette sau oder es ist ein boah leute was das für ein fisch einzigartiger leute er 100 prozent einzigartig ja klar einzigartiger würde ich als snook 120 cm ich würde mal sagen läuft bei mir ne what the fuck reicht der wirklich guck mal da oben what the fuck ab 120 fängt es groß an ne mein lieben what the heck passt gleich die kamera ich würde mal sagen läuft wir sind alle bei dir ja wir sind alle hier dinge keine angst ob er helft ne oh der war richtig gut jetzt hier 120 leute ne aber jetzt auch jetzt noch ein nochmal zweiter boone oder so dann äh würde ich mal sagen läuft bei mir ne funktioniert der queen bed nur das problem es ist ein bisschen ja nicht so einfach aber ich bin jetzt extra okay wieder einer das ist wieder ein snooki okay das nutzt mir aus es ist schwierig mit dem queen bed aber es funktioniert auch wieder so ein ding oder alter er ist ein einzigartiger ne komm alter komm her da nicht rum hier ist nicht so groß aber knapp meter hat er ne 90 80 80 80 torfelengröße passt läuft weiter geht's im text hab keine stimme mehr ich bin total platt muss morgen auch drucker patronen holen gepäckchen ja komm da boone komm lecker snooki snooki äh lecker krebel meine ich komm da boone tuni 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 egal puti 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 oh dene green bed nur für dich vielleicht so eine stufe 2 ist zu viele oh der falsche kopf gedrückt ich bin so blöd wie das gedrückt gerade da 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 ich setze mich mit dem hin und nenne ihn jetzt einfach detlef oder klaus nenne ihn xy aus vielleicht ist es eine frau weißt du die du passen nein du sagst ja man soll ins licht gehen und soll aufhören hier rum zu eiern hatte ich muss ich sagen wenn es nicht geht mit dem gott die schnauze polieren und das wird nicht so schön die schön quatsch ich mache mir ganz so sorgen und ich skille ich glaube du hast zu viel poltergeist geguckt oder so ich habe wieder ein fisch leute 106 kilo jetzt läuft es war echt schwergeburt am anfang dann sind alle weg und dann beißt noch der sich so groß aber immerhin fisch und das ist wie das nun gehen egal her damit ich brauche die kilo dann habe ich wenigstens die lizenz wieder hin aber ein tabu wäre jetzt eigentlich schon hätten wenn ich wagt er nicht gewinnt ich hole mir nächstes mal hugo was war das jetzt für eine nachricht nein ich meine der geht jetzt ein bisschen weiter der sein so zwei meter wenn ich dann nehmen zu er geht extrem schnell wieder auf die oberfläche wenn man loslässt kassen eigentlich könnte man die augen zu machen so ganz chillig so träne da schick ich dir eine spende falls ich noch nicht hör mir auf ich dann so halt weg bin ich das dass das nicht machen die dann kriege ich den herzkasper ich glaube das wäre nicht so gut ich bin ich müde eigentlich werde ich bin kurz vorm einschlafen aber dankeschön für deine edeln supporten deine spende und marcus auch noch was da wirklich dankeschön von dir hätte ich nicht gedacht heute eigentlich in der nacht hier so ihr seid so also crazy wahnsinn ohne scheiß meine geistige community ever muss ich ehrlich sagen ist so fünf leute da aber ich kann gar nicht mehr wir haben jetzt haben wir schon am boden hier jetzt niedrig mit zwei meter habe ich ein bisschen problem ich mache jetzt noch kurz einwurf noch mal hier rüber das ist der letzte meine lieben freunde und wenn der boom bei ist dabei ist aber nicht dann hat nicht das einen hatte ich gefangen wenigstens ein habe ich geht ja hier nicht nur unter bun es geht einfach darum dass dir mal weiß diese stopphase wo ich hier habe die ist eigentlich immer gut mit dem wenn ich zwei schläge machen zwar kurze so mit rechts dann wäre eigentlich genau in dieser höhe wo eigentlich noch mal gut ist aber so lassen wir es gut sein ich kann nicht mehr muss ins bett ich bin fix und dauernd christian ich mich noch ich jetzt ist die zeit wo ich sage ja jetzt muss ich hinlegen ich habe wirklich viel gebuckelt hier habe das noch dem geholfen und schön ist gewonnen hast gesehen eine gruppe ich guck gemacht ne dem paket ne die welt noch mal wieder noch was spenden und auf hast nicht nur gruppe gesehen dankeschön ist in der gruppe du bist du warum bist du in der gruppe wieso wisse gruppe richter nummer nicht wie du bist dich in der gruppe ich bin nicht in der gruppe weil ich schicke dir so schnell bilder ja ich kann die gruppe hinzufügen wieso bist du nicht in der gruppe die die mannummer ich habe fisch ja letzte dann tue ich dich zur gruppe sowas bis sich der gruppe wasser einer gruppe hast du nie in der gruppe und bist du der einzige wurde vergessen haben zu fragen oder die gruppe sind wie was das kann ich nicht glauben schreib mir mal so oder halt im whatsapp whatsapp habe ich dich ja richtig glaub schon ja klar schick mal im whatsapp da ne lottmunkchen alles gut war so geschrieben in der s hatte ich dachte du hast das ist bloß 4 9 und dann die 159 ist ich schreibe jetzt erstmal ein testing zusammen geht wie soll ich dich jetzt nennen der die bär oder nennen der die bär wie bist du auf den namen kommen um die die bär wie heißt du richtig kris oder christian oder die die bär christner christian was whatsapp na das habe ich alles ja ich schreibe mal hinein sag mal ob es angekommen ja passt kommt an matt ich schicke dich jetzt gleich ich stelle ich jetzt gleich zur gruppe dafür ich schicke jetzt mal die bilder waren von heute wo ich da an dem boden gemacht habe muss ich nicht noch mal eine gruppe schicken ich habe das schon geschickt hatte ich finde aber gerade ich finde ganzen bilder hier nicht hat auch hier die mit dem job waren und das das video wo ich da das video muss ich mal gucken ob es wo ist so achten schöner ist gemacht und jetzt kommt es kommt das video ich habe sie eine gruppe groß sind ich tue ich gleich dazu wo ist das video wo ich zum hotzen bin alle waren da an dem moment so weit jetzt kommt das video noch ich tue ich zur gruppe dazu ich mache euch das jetzt noch mal hier so die gruppe dann teilnehmer hinzufügen christian nicht christian was schreibe ich denn ddb habe ich dich ja drin was mache ich denn und du bist eine gruppe willkommen im klub willkommen im klub willkommen im klub ich habe das ich habe das ich habe dessen ich habe dessen du meinst nach dessen kam alles an wunderbar na gut ne nach dessen ich weiß auch noch was kleines ich kotze mir jetzt gleich mal aus hier noch vom ei dankeschön christian wo warst du nicht in der gruppe verstehe ich nicht naja so meine lieben freunde ich höre auf ich kann nicht mehr ich werde morgen weitermachen ich habe 118 kilo ich wollte eigentlich mehr machen das ging sich heute nicht aus die tabune war nicht richtig und ich trinke auch ein schluck cola noch und dann back in bed schon ich bin auch fixen down liebe euch meine lieben ich sag dankeschön für die geile spende von christian ddb dankeschön meister nochmal und eke wenn du noch da bist schlaf schön ne ich glaube nicht mehr und die anderen alle ne christian graul wir sehen uns hören uns dankeschön mein lieben gibt so ein fettes herz in die face und ich bin fixen down heute war wieder ein langer tag und irgendwann ist bei mir auch die luft raus und das ist jetzt eigentlich der fall ne deswegen bin ich weg meine lieben bis spät das killer 13 10 ne viel spaß mit deinem boltergeister und wir hören uns ne sagst du mir schon einen gruß ne soll kein scheiß bauen sonst komme ich persönlich vorbei in dem sinne meine lieben freunde schlaft recht schön und wir hören uns heute abend irgendwann der flatte bläude kommt noch der wird auch mal detailliert der wird sich morgen melden ich weiß noch nicht welche zeit ich muss noch druckerpatronen holen gehen und wir haben keine mehr jetzt alles leer muss ich auch ein foto abmachen abfotografieren hier dann morgen und wir sehen uns ich bin draußen liebe euch meine lieben ihr seid die besten christian dankeschön für deine edle spende nochmal ne kein ding beste und wir hören uns ich bin draußen bye bye schlaft schön meine lieben schlaft schön nicht die mama Bis zum nächsten Mal.